Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung, alte Filme, neuen Deck, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Heute Ausgabe... Ja, warte, 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 warte. Lieber Max, genau, wir machen mal eine Sonderausgabe. Okay, Christian. Ja, also hier sitzt du mir, Max, gerade gegenüber, mitten in dem Kino oder in dem Foyer dieses Kinos, in dem du arbeitest. Du bist Filmvorführer im Lichtspieltheater Wundervoll hier in Rostock. Ist das eigentlich eine Berufsbezeichnung? Ich glaube, das ist das, was in meinem Vertrag steht. Also Filmvorführer und Assistenzprogrammplanung, das ist ganz hochoffizient, glaube ich. Liebe Leute, ihr werdet gleich noch besser verstehen, als ihr es vielleicht schon auch an der Folgenankündigung bemerken konntet, warum das jetzt gerade mal nicht ganz uninteressant ist. Ich würde sogar noch einen umdraufpacken, Max. Du bist ja auch gerade in der Ausbildung zum Filmtheatermanager. Ist das auch da wieder zutreffend? Genau, ich überlege gerade, also Kaufmann für Filmtheatermanagement. Oh Gott, ich glaube, so heißt das. Also könnte sein, dass du noch lange Zeit deines Berufslebens mit Filmtheatern zu tun hast. Vielleicht sogar mit diesem. Und du vielleicht deswegen auch mindestens ein Interesse daran hast, wie das so ist, so mit Kinos und wie die so in der Gesellschaft ihren Platz haben und ob sich das so in den Zeiten verändert. Man gibt ja immer viele schöne Legenden. Und deswegen bin ich da gestern durch eine Nachricht von dir auf was gestoßen, wo ich dachte, ah, oh, das ist ja spannend. Lass uns das doch nochmal rekapitulieren. Was hast du denn entdeckt? Also spannend. Es ist vielleicht auch nicht ganz so erfreulich, aber es ist so, wie es ist. Ich bin irgendwann halbnachts nach Hause gekommen und sah dann auf meinem Handy noch eine Push-Benachrichtigung von Facebook. Da hatte jemand was in einer Gruppe gepostet und zwar die Kurbel in Karlsruhe. Ein genossenschaftlich betriebenes Kino würde in absehbarer Zeit den Betrieb komplett einstellen, bedankt sich für acht Jahre tolle Genossenschaftszeit und müssen eben leider wohl schließen. Punkt. Und das hatte natürlich, ist es immer traurig, wenn Kinoinitiativen oder so die Segel streichen müssen. In dem Fall haben wir aber quasi ja eine dezent persönliche Beziehung, weil wir ja quasi die Geschäftsführer, ich weiß gar nicht genau, ich glaube die Geschäftsführer kennen. Und zwar ist das der Jan von der Cinecoach und der Kollege, dessen habe ich gerade vergessen, aber ich war ganz erstaunt, dass du da jetzt noch mehr, aber genau, den Jan Peschel, den kennen wir auf jeden Fall gut. Und das kann ich schon mal kurz ankündigen. Deswegen hier im Anschluss an unseren Gedankenaustausch zwischen mir und Max werde ich ein Gespräch führen mit Jan und der wird sich diesen Gedankenaustausch, den wir jetzt haben, auch anhören. Das wird für ihn auch der Einstieg in die Sendung sein. Denn mein Gefühl ist, man könnte ja sein, dass wenn da jetzt was zu Ende geht, dass man vom Ende geschaut aus auch was lernen kann. Also gerade wenn du so mittendrin bist oder vielleicht bist du ja auch am Anfang von etwas, ganz sicher nicht am Ende, weil das läuft ja eigentlich ganz schön gut. Das wäre jetzt nochmal so eine Folge für sich, mal so zu erzählen, wie das Lichtspieltheater wundervoll seinen Platz hier in dieser Stadt hat und wie es dann plötzlich irgendwann sogar zwei Arthouse-Kinos hat. Aber jetzt gerade ist die Situation, dass wir uns vielleicht Gedanken machen und vielleicht sogar auch die eine oder andere Frage haben. Ist dir dieses Modell, ich greife das einfach mal auf, ist dir dieses Modell des genossenschaftlichen Kinos? Kanntest du das vorher schon? Na, dass so eine Initiativen existieren, ja. Ich weiß zum Beispiel, dass in so einer halbgenossenschaftlichen Aktion hier auch, glaube ich, die Projektoren beispielsweise finanziert worden sind. So stelle ich mir das vor, dass es also Leute gibt, die vielleicht auch schon seit langer, langer Zeit, seit Jahrzehnten vielleicht in dieses Kino gehen, sie daran zu beteiligen, dass es das auch in Zukunft geben kann. Klassischerweise laufen die Gewerbe ja so, dass man, man nutzt sie, man kauft sich eine Eintrittskarte und kauft sich noch ein Getränk oder so, dann ist das sozusagen schon der Beitrag, der reichen könnte. Irgendwie scheint es bei manchen Kinos nicht so der Fall zu sein, es braucht da irgendwie mehr. Das werde ich ja fragen, was das Beispiel der Kurbel war, was da konkret, wie die Leute sich eingebracht haben, da weiß ich nicht mehr drüber. Aber ich fand jedenfalls, das klang so wie bestimmt eine interessante, auch vielleicht sogar spannende, aufregende Zeit, weil man vielleicht ja auch Unwägbarkeiten da drin hat. Ganz offensichtlich allein. Ganz offensichtlich. Für mich kann das jetzt denn doch überraschen. Ja, für mich auch. Also wir hatten ja, glaube ich, uns mal mit ihm so ganz grob ausgetauscht und er meinte, ja, das ist halt ein Haufen Arbeit. Und das ist ja quasi so dieses, jetzt noch mit anderen oder noch einen Podcast machen, nee, nee, die Zeit ist jetzt halt gerade nicht. Jetzt ist es erstmal reinackern und unter Verordnungsrung, sag ich mal, ein bisschen zuschützt, keine Ahnung. Aber es ist natürlich trotzdem auch schön, so quasi ein gesellschaftlich getragenes Kino eigentlich, ne, so dieses, was du eben gesagt hast, dass du da Leute hast, die gemeinsam den Gedanken haben, ey, lass uns doch mal Filme zeigen oder vielleicht auch ganz bestimmte Filme. Es gibt immer viele Überlegungen, wie bringen wir die Menschen zusammen? Also ganz oft scheinen Kommunikationshürden, gesellschaftliche Probleme nur noch größer zu machen. Also kommen wir irgendwie oft auf die Idee, wir brauchen da ein Stadtteilbegegnungszentrum, wir müssen dort irgendwie die Leute wieder zusammenbringen, bla bla bla. Es gibt ganz viele Initiativen und Ideen. Das sind ja oft dann staatlich gesetzte Impulse. Ich bin immer sehr fasziniert davon, was sozusagen von den Bürgern selber kommt. Also kann ich gar nicht beantworten, inwieweit das jetzt bei der Kurbel der Fall war. Also was bedeutete denn das vor acht Jahren? Also stand da vielleicht auch ein Kino kurz vor dem Abschließen, vielleicht sogar Abreißen, weiß der Teufel. Was war da mal sozusagen der Impuls, vor acht Jahren das zu machen? Und natürlich vielleicht auch die spannende Frage, was hat das jetzt unmöglich gemacht? Ich finde, man muss ja auch nicht konkret jetzt irgendwie interner ausplaudern, um generell darüber zu reden, ist das ein Faktor, dass in so einem Betrieb eines Kinos, man könnte ja denken, also die Stühle stelle ich nur einmal rein, den Projektor stelle ich nur einmal rein, die Leinwand nur einmal rein. Also irgendwie klingt das ein bisschen so wie, wieso läuft doch so? Was kann denn da so zwischendurch passieren? Mit welchen Risiken muss man denn vielleicht beim Theaterbetrieb leben, dass auch plötzlich mal Geld nötig wird? Also vielleicht hast du da mehr Erfahrung noch als ich. Naja, wenn du die Stühle mal reingestellt hast, irgendwann sind die Stühle ja durchgesessen oder die Leinwand wird auch nicht jünger. Und das ist glaube ich auch so ganz wirtschaftlich völlig normale Abschreibung von Gedingen oder die Kühlung von den Getränken fällt aus oder jemand ist so doll gegen die Tür gelaufen, du brauchst eine neue Scheibe. Das sind jetzt vielleicht nicht die allerteuersten Punkte, aber und das ist Technik, weiß ich, so ein 35mm Projektor, den konnten die Filmverführer damals dann alle vielleicht noch größtenteils selber reparieren, so einen Großteil. Und jetzt hast du halt einen Computer quasi dastehen im Endeffekt. Ja. Das ist was anderes, ja. Und da gibt es natürlich auch Techniker und so oder dann wechseln wir mal einen Teil aus, aber in der Regel ist es ja auch so, naja, die haben halt eine Laufzeit von x Jahren und dann brauchst du vielleicht auch neun. Also jetzt ist zum Beispiel auch so, Kinobranchentechnisch quasi die zweite Digitalisierungswelle steht bevor eigentlich, weil die ersten Generationsprojektoren nähern sich ihrem Lebensende. Gucken eben auch die ein oder anderen, kriegt man da nochmal so vom Bund irgendwas angeschoben, der das dann mitfinanziert, was macht die FFA und all diese total interessanten Sachen, auf die man richtig viel Lust hat, weil man ja eigentlich nur Filme zeigen möchte. Ich so als Kinogänger, der natürlich auch schon zwei, drei Sachen hinter den Kulissen mitbekommen hat, aber trotzdem so aus der Kinogängerperspektive nimmt man vielleicht oft einfach so hin, Kino ist da. Also man stellt das vielleicht gar nicht so sehr in Frage, welche Risiken und Herausforderungen im Hintergrund sind. Ist das so? Da schätzt man das vielleicht ein bisschen? Ist das gar nicht so selbstverständlich, zum Beispiel auch, dass das LIWU auch in fünf Jahren noch ganz selbstverständlich da ist? Also bedarf es da einer besonderen Aufmerksamkeit? Oder ist das ein Selbstläufer? Weil die Leute gehen ja ins Kino und... Also ich glaube, wenn man das als selbstverständlich nimmt, jetzt so auch von Betreiberseite aus, dann ist die Gefahr viel größer, als wenn man sich sagt, man sollte schon immer was tun. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn es in fünf Jahren noch das LIWU gibt. Du, ich bin jetzt auch gar nicht in Frage, stelle ich. Aber es gibt natürlich immer riesigen Freizeitverhaltensänderungen der Gesellschaft und was nicht alles. Aber ich glaube, wenn man dann eben entsprechendes Programm hat, entsprechende Angebote macht, eben auch mit Filmesprächen und sonstigen Geschichten, dann wird das auch wertgeschätzt. Und dann wissen die Leute auch, was sie vielleicht an dem Kino haben und was sie dann vielleicht nicht mehr hätten. Ja, genau. Also das ist zum Beispiel so eine Frage, die mich bei Jahren interessiert. Gibt es da eine Veränderung? Also hat sich zum Beispiel auch in den acht Jahren nochmal im Außen was verändert? Oder ist es wirklich eine Frage im sozusagen, also gab es mehr oder weniger Leute, die da mitgeholfen haben und ihren Beitrag gezahlt haben oder nicht? Also ich vermute, es ist eh komplex so, bin aber neugierig, wo man vielleicht jetzt, wo es jetzt gerade nicht mehr weitergehen kann, man bemerkt hat, ach so, ja, das und das hat sich verändert. Das hat auch Einfluss gehabt. Ja, bin ich auch ein bisschen gespannt. Freue mich schon auf diese Folge. Ja, ja, genau. Aber jetzt ist noch der Moment zum Einsammeln von Fragen und Gedanken. Gibt es noch etwas, was du gerne dazu wissen möchtest? Gibt es denn weitere Pläne irgendwie an gleicher Stelle, an anderer Stelle weiter irgendwas zu versuchen, wenn nicht über diese Genossenschaft, was hat die anderen vielleicht so für, hat der überhaupt irgendwelche Plan B jetzt gerade in der Hand oder steht der jetzt auch erstmal da, ach du Kacke? Ja, also wir befinden uns ja jetzt hier gerade im Metropolen in Rostock. Das war tatsächlich schon vor sehr langer Zeit auch im Kino. Allerdings war es zwischendrin ein Fitnesscenter und ein Indoor-Kinderspielplatz. Danach ist jetzt hier in den Räumlichkeiten nur noch, also ihr habt euch eine Menge Mühe gegeben, dort wieder Kino hineinzubringen, aber ihr habt es übernommen als leeren, großen Raum. Deswegen bin ich schon noch neugierig, also was ist die Kurbel für ein Ort? Und ist das sozusagen auch das Ende dieses Ortes als solchen? Oder kann er in irgendeiner Form eine zweite Blüte als Veranstaltungsort haben? Das ist schon auch ganz spannend. Ja, Nio, lass mal hören. Ja, lass mal hören, sagt der Max. Und dann sind wir jetzt auch in der Gegenwart. Und ich begrüße ganz herzlich den Jan Peschel, hier direkt per Skype zugeschaltet. Hallo. Hallo. Oh, also ist ja krass, im Podcast immer mit Namen genannt zu werden, ist okay, gar kein Problem ist. Aber wir sind ja sowieso über Perdu, ne? Ja, genau, ich fand das jetzt gerade irgendwie nochmal wichtig. Ja, schön, ja. Ich bin Christian Hönscher, ich werde jetzt auch nicht zum Sie wechseln, keine Sorge. Jan, ist es so, dass jetzt gerade wahrscheinlich auch ein ganz interessanter Tag ist? Weil wenn ich das jetzt so richtig im Blick habe, war gestern der letzte Spieltag der Kurbel, ist das so? Ja, das ist ein sehr interessanter erster Arbeitstag nach Tag X. Ja. Oder auch nicht mehr Arbeitstag. Ja, genau, da würde ich gerne dann auf jeden Fall wieder anschließen. Aber gerne nochmal einmal den Bogen machen. Wie bist du zu Kurbel gekommen? Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und was war dort deine Aufgabe? Ja, wie es ganz selten im Kinogeschäft der Fall ist, würde ich mal sagen, bei so kleinen Kinobetrieben gab es tatsächlich eine Ausschreibung. Es wurde ein Geschäftsführer oder einer oder eben auch ein Team gesucht, die das Kino, die Kurbel übernehmen wollen in Karlsruhe. Und ich sage jetzt, das ist bei kleinen Kinos recht selten, weil normalerweise sind, also sehr viele von so kleinen Programmkinos vor allem, sind ja noch im Familienbesitz und das wird halt so von Generation zu Generation weitergegeben. Und eigentlich ist so die eine andere Möglichkeit, an ein kleines Kino ranzukommen, dass der vorherige Betreiber geht pleite und man hat irgendwie entweder Geld gefunden oder hatte es schon oder nimmt sich ein Herz und ganz schön viel Mut zusammen, nimmt einen Kredit auf, macht sich selbstständig. Und bei uns war es also eher, also es war eine ganz normale Ausschreibung, mein Kollege und eben auch Mitpodcaster Daniel hat sich beworben, hat sich das mal angehört, hat mich dann gefragt, ob ich mir das nicht vielleicht auch mal anhören möchte. Und dann sind wir gemeinsam da zum Gespräch gegangen, haben uns anscheinend ganz gut verkauft und ja, haben dann gesagt, so direkt nach dem Studium, klar, wir machen mal so eine Geschäftsführungsposition zu zweit. Und ja, beim Kino gehört dann ziemlich viel dazu, natürlich vordergründig, wir müssen uns ums Programm kümmern, wir müssen uns darum kümmern, dass Getränke, Popcorn, Materialien da sind, dass unsere Mitarbeiter zu ihren Schichten erscheinen, dass sie erstmal Schichten bekommen, sie bezahlen. Wir haben tatsächlich einen Großteil der Buchhaltung vorbereitet für unseren Steuerberater, Pressearbeit und lauter Marketing und ganz viele Gespräche führen. Man ist andauernd auf der Suche nach Kooperationspartnern, man redet, wenn man in einer Genossenschaft ist, viel mit dem Aufsichtsrat und mit den Genossenschaftlern, die etwas involvierter sind. Man redet mit der Stadt, man redet mit seinem Vermieter und hört sich so an, was es so alles für Probleme gab, wo man vielleicht ein paar Ansatzpunkte sieht, wo man was weitermachen könnte, was vielleicht schlecht gelaufen ist. Und ja, dann merkt man möglicherweise nach ein paar Monaten, ups, irgendwas wurde hier falsch gemacht, irgendwas wurde hier verschlafen. Und ja, also ich habe ja erst am 1. April angefangen, insofern war es wirklich eine wahnsinnig kurze Zeit. Selbst in so einem acht Jahre ist es schon eine stattliche Zeit, aber es ist ja schon irgendwie auch eine kurze Lebensdauer für einen Filmtheaterbetrieb, bedauerlicherweise. Und jetzt nochmal, was kannst du sagen über die Entstehung der Kurbel? Also einfach nur so, dass man ungefähr ein Gefühl hat, wie lange gibt es diesen Ort, also diesen Kinoort schon? Ja, also die Kurbel ist ein relativ altes Kino, aber dort jetzt an Ort und Stelle gibt es das seit 1957. Also hat letztes Jahr 60-jähriges Bestehen gefeiert unter verschiedenen Betreibern. Ja. Einem großen im Obergeschoss und einen kleinen im Erdgeschoss, in dem ich ganz verschiedene Programme zeigen kann. Und das war eben damals totales Neuland. Der große Saal hatte, glaube ich, auch 800 Plätze mal. Und ja, insofern gab es das Kino schon ziemlich lange, wie gesagt, verschiedene Betreiber. Und wurde dann 2010, am 1. Oktober 2010, von der Genossenschaft wieder eröffnet, nachdem der Vorbetreiber Insolvenz anmelden musste. Ja. Die Geschichte wiederholt sich. Ja. Und genau. Und dann hat das diese Genossenschaft übernommen, die sich dann, ja, aus total kuriosen Gründen, also generell diese Entstehungsgeschichte, die ist ja für mich auch erst im Nachhinein natürlich alles herangetragen worden. Aber es ist tatsächlich irgendwie, es ist schon eine Geschichte für sich und irgendwie auch ziemlich drama behaftet. Man könnte, glaube ich, gut einen Film aus diesem Stoff machen. Ah ja, spannend, ja. Ja, vielleicht ist es sogar ein gewisses filmisches Interesse, das da bei mir auch geweckt worden ist, als ich diese Nachricht gehört habe. Und ich mir ja das auch denken kann, also ich, also als du das beschrieben hast, vor einem halben Jahr, das wird wohl so sein, dass du dort anfangen kannst, oder vor ein paar Monaten, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann war das so, ah ja, spannend, so genossenschaftlich. Also eigentlich würde ich jetzt nur meine Gedanken wiederholen, die du ja auch schon gelauscht hast, unsere Zuhörer ja auch schon. Jetzt würde mich das nochmal interessieren, also was, 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 vielleicht, was du, nur so das, was du weißt und was du jetzt auch friedlich erzählen kannst, geht mir gar nicht darum, jetzt sozusagen das Drama zu betonen, aber ich wäre schon nochmal neugierig, das klingt so wie so, als wäre eine Genossenschaft vor acht Jahren aus dem Nichts gelandet, so. Sowas entsteht ja, ne, was, 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 welche Menschen sind das? Oder sind das vielleicht auch bis heute, die das überhaupt möglich gemacht haben? Witzigerweise sind es größtenteils Menschen, die gar keine Ahnung von Kino haben. Ja. Und es ist deswegen vielleicht auch ein wenig kurieros und mit Drama behaftet, weil irgendwie der Genossen, also dieses genossenschaftlich geführte Kino hat einen großen Geburtsfehler, so wie ich das jetzt aus der Vergangenheit und aus Erzählungen nur zusammenfassen kann. Es hatte nämlich den Hintergrund, dass das kommunale Kino in Karlsruhe, die Kinemathek, ein Verein, in die Räumlichkeiten der früheren Kurbel GmbH gezogen sind. Damals gab es im Obergeschoss vier Säle und unten den auch schon damals kleinen Saal, also den es seit 57 gibt, das hieß Studio 3, wird jetzt erst umgebrandet zur Kinemathek. Und es ist ein ziemlich großes Haus und als eben der Vorbetreiber dann der Kurbel Insolvenz anmelden musste, stand die Kinemathek vor dem großen Problem, ein sehr großes Haus zu haben, in ziemlich zentraler Lage, nicht direkt an der Einkaufsstraße, aber eben doch sehr in der Innenstadt gelegen, das also mit entsprechend hoher Miete verbunden war und drei Viertel der Räume wären leer gewesen. Und dann wurde auf Betreiben einiger weniger Personen, die mit der Kinemathek vor allem zu tun hatten, eben die Genossenschaft gegründet, um quasi Kinemathek und Kurbel in einem zu retten. Und das Problem danach war, dass anscheinend sich relativ schnell die Personen, die dann diese Genossenschaft initiiert haben und die Leute, die dann irgendwie auch tatsächlich was machen wollten, sich ziemlich schnell an den Kragen gegangen sind. und aus dem eigentlich total schönen Gedanken, zwei sehr unterschiedliche Kinos unter einem Dach zu vereinen, die ganz unterschiedliche Programme machen und sich somit eigentlich auch ergänzen und aber eben auch Synergien schaffen könnten, dass das ziemlich schnell aus den Fugen geraten ist und immer wieder zu großen und kleinen Problemen im Haus geführt hat. Auf die muss ich jetzt gar nicht eingehen, das ist auch Geschichte. Aber man hat es sich dann gegenseitig wirklich nicht leicht gemacht und ich sag eben so ein bisschen der Geburtsfehler, weil eigentlich sollte halt die Kurbelgenossenschaft eher quasi der Kinemathek den Spielbetrieb ermöglichen und danach haben sich aber eben die Leute erst so ein bisschen damit eingefunden und haben erst so richtig ja in den Kopf bekommen, was ist eigentlich das für eine Aufgabe, ein Kino zu führen, weil tatsächlich der erste Geschäftsführer oder die ersten beiden Geschäftsführer und Vorstände eben auch der Genossenschaft haben das Ganze ehrenamtlich neben ihrem Hauptberuf gemacht, was ja utopisch ist. Gerade in der Zeit, wir reden 2010, da hat die Digitalisierung in Deutschland der Kinos, glaube ich, gerade so begonnen. Also ist er noch nicht so lange, ist er noch nicht so, zumindest nicht im großen Maße. Da kamen die Filme tatsächlich noch auf 35 Millimeter Rollen in großem Maßstab und das heißt, dort gab es auch noch nicht den digitalen Kinobetrieb. Das heißt, das war auch einfach mit Logistik verbunden, die nicht einfach zu handeln war, die wir jetzt auch so nicht mehr mitbekommen haben. Aber ja, einfach vielleicht auch ein bisschen zu blauäugig da rangegangen, aber eben mit viel Enthusiasmus, wo sich dann aber schnell gezeigt hat, so auf diesem Weg geht es nicht. Und ja, dann hat es sich halt Jahre immer wieder mit neun Personen, die auch immer wieder neue Probleme irgendwie dann mit leider der Kinemathek im Haus hatten, ja, dass sich das dann immer so ein bisschen, ja, vorangeschliffen hat. Also es ist teilweise vielleicht auch ein bisschen ein Wunder, dass es dieses Kino acht Jahre lang so gab, weil wirklich viel, vieles, was für diesen Gedanken spricht, so viel gibt es, glaube ich, auch was gegen so ein Unternehmen oder so eine Unternehmung spricht. Und da hat man sich doch relativ lange gehalten. Ja. Es ist jetzt sehr schade, dass wenn wir kommen, das jetzt auf einmal nicht mehr geht, aber das hat dann wiederum Gründe, über die, glaube ich, jetzt so im Detail nicht gesprochen werden muss. Mhm. Ja, wir können mal gucken, wie man sich nochmal so ein bisschen annähert. Ich bin da einfach nochmal ein bisschen neugierig. Mich interessieren wirklich null konkrete Zahlen, sondern nur nochmal die Genossenschaft, das waren jetzt Menschen, die haben dann regelmäßig einen jährlichen Beitrag gezahlt und der hat eine Summe X zur Verfügung gestellt, dass einfach der Betrieb also überhaupt laufen konnte. Also noch bevor irgendwelche Einnahmen da sind, gibt es ja jede Menge Sachen wie Miete, Betriebskosten und so weiter. Ging es darum, ist das sozusagen die Leistung der vielen, also mit ihrem regelmäßigen Geldbeitrag oder waren es auch andere Dinge, um die es da geht? Bei einer Genossenschaft ist es tatsächlich so, dass es keinen regelmäßigen Beitrag gibt, das wäre jetzt eher die Vereins- oder Fördervereinskine, sondern bei der Genossenschaft, das ist, glaube ich, so ein bisschen vergleichbar mit einer Aktiengesellschaft, man kauft sich einen Anteil oder mehrere. Und am Anfang war es so, es haben sich 20 Menschen gefunden und die haben alle einen Anteil gekauft, der damals 1.000 Euro gekostet hat. Das heißt, dieses Unternehmen ist mit 20.000 Euro Startkapital gestartet und hatte dann nämlich schon mal gleich ein Problem, dass, glaube ich, über Abfindungen und so weiter der vorherigen Mitarbeiter gleich mal die Hälfte des Einkommens weg war oder des Eigenkapitals. Und im Laufe der Zeit wurden neue Genossenschaftsmitglieder dazugewonnen, andere sind weggegangen und im Endeffekt waren dann der Anteil noch 500 Euro, also eine etwas kleinere Hürde. Ja. Und damit konnte man sich eben beteiligen. Ein Großteil der Leute, aber das ist ja auch immer so, das kenne ich auch aus ehrenamtlichen Vereinen, ein Großteil ist eben dann nicht wahnsinnig motiviert, sich dort zu beteiligen. Es gab durchaus auch welche, die haben sich mit ihren Kenntnissen oder ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten mit eingebracht in den Betrieb. Aber ich glaube, also aus deinem heutigen Stand würde es die Genossenschaft auch nochmal anders machen. Also ist jetzt aber nur meine Einschätzung so von hinten raus drauf geguckt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja gerade so, dass was ich, also man könnte ja sozusagen jetzt sehr in der Misere sozusagen backen bleiben und das schwer bedauern, was ich auch tue, nur also ohne das Kino jemals gesehen zu haben, also grundsätzlich ein Kino, das geht, ein Kino, das eine so lange Geschichte hat sozusagen, das löst bei mir Wehmut aus, das hat ja auch ein Interesse ausgelöst und ist ja auch mein konstruktiver Gedanke dabei. Also was kann man daraus lernen so? Also es gibt, also weil das, die Wehmut, die haben wir sozusagen umsonst, die gibt es eh. Das andere können wir uns vielleicht noch erarbeiten. Und ich merke ja auch schon, dass es bei euch ja jetzt auch schon so gerattert hat sozusagen im Rückblick und man Sachen nochmal auch überhaupt erst erfahren hat vielleicht. Wie war denn so dein ganz persönlicher Eindruck, als du im April diesen Jahres dort angefangen hast? Was für ein Kino hast du vorgefunden? Worüber hast du dich gefreut? Welche Möglichkeiten hast du in dem Moment gesehen? Ja, der Anfang war ziemlich schwierig. Das ist jetzt vielleicht auch schon gleich eine Sache, wo ich gar nicht so im Detail eingehen darf. Okay, ja, aber dann bleib auf der Gefühlsebene, weißt du? Also emotional war es erstmal, muss man einfach sagen, es war, also insofern kann ich dir schon verraten, es war sehr viel aufzuarbeiten und es war von Anfang an so, dass mein Kollege und ich, während wir uns eingearbeitet haben in die Prozesse und natürlich auch in vieles, ja, also wir haben beide Filmwissenschaft und Filmkultur studiert, wir kommen also aus dem eher musischen und aus den geisteswissenschaftlichen Fächern und natürlich, Max hat es ja auch erwähnt, er macht ja eine Ausbildung zum Kaufmann. Genau. Also hat es auch natürlich bei so einem Betrieb auch viel mit betriebswirtschaftlichen Dingen und Verstrebungen zu tun und die mussten wir uns natürlich auch irgendwie noch so ein bisschen aneignen, das war von Anfang an klar und gerade in dem Bereich war halt schon am Anfang viel zu tun und wir hatten irgendwie das Gefühl, okay, wir kommen hier an und wir stehen so gleich, wir werden gleich an die Wand gestellt oder stehen so mit einem Fuß vor der Klippe. Ja. So würde ich es jetzt mal schon im Nachhinein, also es ist alles noch sehr frisch, im Jahr würde ich anders drauf gucken, aber es war erst mal eine wahnsinnige Herausforderung und sie war auch größer als das, was wir uns ausgemalt hatten. Ja. Aber erst mal war es natürlich auch einfach cool, muss man sagen. Also wir sind ja auch da reingegangen und Mensch, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man ein Kino besitzen. Gott sei Dank haben wir es jetzt, war es nicht unser Besitz. Wir waren nicht selbstständig, aber so von der Art und Weise der Arbeit war es dann doch schon dem ziemlich nah. Ja. Im Guten wie im Schlechten. Ja. Also dass wir halt entscheiden, wann wir morgens anfangen, aber genauso eben auch, dass wir mehr oder weniger nicht entscheiden, wann man abends aufhört, dass die ersten Wochen anstatt von, ja, auch schon geschätzten 50, 60 Stunden Wochen sich eher wie 80 Stunden angefühlt haben. Die Wochenenden waren eigentlich ja schon auch irgendwie, da ist natürlich auch der Kinobetrieb, aber sollte dann doch relativ schnell für Entspannung sorgen, aber es war dann auch immer so ein bisschen schwierig. Aber es war eben schon ganz cool und man hat dann gesehen, okay, was kann ich und was kann ich noch nicht oder was können wir? Und man musste ganz schön schnell, ganz schön viel lernen. Ich bin zum Beispiel jemand, obwohl ich jetzt zum Beispiel hier gerne Podcast über Skype aufnehme, also lieber, natürlich würde ich jetzt in Rostock sitzen oder hätte dich nach Karlsruhe eingeladen und würde dir gegenüber sitzen, aber ich bin eigentlich keine Person gewesen, die wahnsinnig gerne telefoniert hat. Ja. Und wenn man relativ schnell sehr unangenehme Telefonate führen muss, lernt man sehr schnell, wie man damit umzugehen hat und das ist nicht nur im Berufsleben, ich glaube, das ist auch im generellen Leben eine sehr wichtige Erfahrung, die man da macht und wenn man da so ins kalte Wasser ein Stück weit gestoßen wird, entweder man bewegt sich halt und schwimmt, damit man irgendwie warm bleibt, oder man geht halt unter und wir haben mit aller Kraft gestrampelt und das ist so im Nachhinein, was wir da innerhalb weniger oder wirklich kurzer Zeit alles auf die Kette kriegen mussten, würde ich auch sagen, wäre, glaube ich, vielen über den Kopf gewachsen, ist es uns sicherlich auch von Zeit zu Zeit, aber irgendwie hatten wir immer, also das eine Gute war natürlich, Daniel und ich, wir kennen uns seit 2011, seit dem ersten Semester in Mainz und dementsprechend, wir kennen ja, also wir können uns ja auch gegenseitig ganz gut einschätzen, wir kennen den Typ des anderen, den Charakter, wir wissen auch von unseren Stärken und Schwächen und das war schon sehr interessant, immer wenn der eine wirklich verzweifelt irgendwo rumsaß oder sich geärgert hat, bis ins Bodenlose, war der andere irgendwie cool geblieben, ja, und da hatten wir uns dann immer so ein bisschen ausgeschaukelt und es war schon auch ganz cool und hätte wahrscheinlich in einer anderen Konstellation sehr schnell zu großem Streit und zu Ernüchterung, Ernüchterung gab es auch so, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt nicht nach einer Woche sonst oder nach zwei Wochen hätte ich vielleicht auch gesagt, ey, ganz ehrlich, macht euren Scheiß doch selber, ja, oder ich lasse den jetzt im Stich und ich kündige einfach wieder, aber irgendwie hat man sich halt auch gemeinsam so aus dem Morast gezogen, das war ganz cool, eben auch diesen Rückhalt nochmal gegenseitig, also das, weil tatsächlich auch so ein Gedanke war, hm, also wir sind ja doch ziemlich gut befreundet, macht nicht so einen Job vielleicht auch was kaputt und wenn man dann vor solchen großen Aufgaben steht und Herausforderungen, hätte es auch sicherlich anders ausgehen können, aber ich glaube, wir sind da eher nochmal deutlich zusammengewachsen, ja, und es ist sicherlich dann mit noch ein bisschen mehr Abstand eine Erfahrung, die es, die sich gelohnt hat und die uns sicherlich in späteren Bereichen immer wieder, wieder helfen wird, darauf zurückzublicken und wenn es nur ist, Mensch, weißt du noch, wie es damals war und jetzt rege ich mich über sowas auf, war das denn von Anfang an auch so angelegt, dass es für zwei Leute, zu zweit war, du und Daniel, das ist das Wir, von dem du sprichst, genau, war das auch schon so angelegt oder habt ihr das überhaupt erst mit reingebracht, dass es durch euch erst so eine Zweierleitung geworden ist? Also es waren auch zwei Personen vor uns beschäftigt, so fest, also man muss sich halt, der Betrieb ist relativ klein, es gab vor uns zwei Festangestellte, eine, die auf, die eben auf Steuer, Lohnsteuerkarte, aber Stundenbasis an der Kasse im Service geholfen hat und dann eben Minijobber. Minijobber ist ja das, was man eigentlich aus jedem Kino kennt und vorher gab es eben eine Geschäftsleitung und so eine, die im programmatischen und Pressebereich mehr oder weniger zuständig war und wir haben ja, wir haben von Anfang an gesagt, wir sind gleichwertig, also wir sind dann auch, deswegen beide auch in den Vorstand der Genossenschaft noch zusätzlich gegangen, was so ein, was irgendwie ein logischer Schritt ist, wenn man auch die Geschäftsleitung des Hauptgegenstands der Genossenschaft übernimmt, womit wir eben auch die Verantwortung gegenüber der Genossenschaft dass wir die noch übernommen haben und denen eben auch Rechenschaft schuldig waren und wir haben aber eben auch gesagt, okay, wir wollen, wir wollten uns schon so ein bisschen die Bereiche zurechtlegen, aber den Anfang erstmal gemeinsam, einfach weil, ja, was ist denn, wenn der eine mal krank ist, was ist, wenn der eine mal im Urlaub ist, dann muss ich ja auch wissen, wie, wie mache ich den Personalplan oder wie werden die Filme aufgespielt und so weiter, dass, wir am Anfang ziemlich viel zusammen Hand in Hand gearbeitet haben, das war vielleicht in einigen Dingen, wenn es mal schnell, schnell gehen musste, nicht die effektivste Art und Weise, aber indem man eben da auch an einem Strang gezogen hat, hat das eben doch auch geholfen, dass wir mit verschiedenen Blickwinkeln und mit unseren verschiedenen Stärken eben irgendwie dann Lösungen gefunden haben und wenn ich das jetzt auch einfach nochmal mit, mit allem, was, was ich weiß oder zu wissen glaube, auch über die Vergangenheit, das hätte, also wie das Leute vorher alleine in manchen Bereichen gemacht haben wollen oder es nach bestem Gewissen und Wissen getan haben, wundert es mich nicht, dass da auch doch der eine oder andere gröbere Fehler passiert ist, weil das einfach extrem kompliziert ist und wir sind ja nun auch nicht vom Fach, wir sind keine BWLer und das waren unsere Vorgänger eben auch nicht, aber es ist ein immens wichtiger Teil dieser Arbeit und das glaubt man wahrscheinlich erstmal nicht, wenn man über, ihr habt es ja auch vorhin im Vorgespräch gesagt, wenn man ans Kino denkt, dann denkt man, wenn man noch ein bisschen nostalgisch verklärt ist an die alten Filmrollen, man denkt an diese Magie im Projektionsraum, die ja auch, ja, also das ist ja auch totaler Schwachsinn, wie es im Projektionsräumen zugeht, wo das zugegangen ist, ja, das war, das war gerne auch mal ein Saufgelage unter der Projektion, unter den Vorführern, egal, aber es steckt halt doch ganz schön viel mehr dahinter, damit das am Ende überhaupt mal läuft und das ist schon interessant auch gewesen, das nochmal so aus der Sicht zu sehen, weil ich habe ja vorher in Kinos auch gearbeitet, als Vorführer und eben an der Kasse und ich weiß ja, wie wir da unter Kollegen uns immer mal wieder auch darüber mokiert haben, aha, ja, jetzt haben wir schon fünfmal gesagt, dies und das müsste mal gemacht werden oder hier könnte man doch mal was ändern und man hat so das Gefühl, das verpufft alles, jetzt habe ich ja gesehen, wie es auf der anderen Seite ist und also wie viel von dem, was unser Personal uns doch gesagt hat, was man vielleicht ändern könnte, konnte man überhaupt nicht angehen, weil man einfach nie den Kopf dafür hatte, also großen Respekt auf jeden Fall vor allen Menschen, die das auch eben kleinen Teams stemmen und eben auch erfolgreich machen und ich hoffe möglichst fehlerfrei, dass nicht irgendwann auch noch irgendwie da sowas zurückschlägt, das wäre sehr schade. Weil du gerade auch nochmal so deine Rolle denn so als Chef des Personals auch so thematisiert hast du eure Rolle, da gab es denn, habt ihr mit Menschen auch zusammengearbeitet, die auch schon sehr viel länger dort in dieser Kurbel arbeiten? Ja, ja, also es war so, wir sind auch in eine Art Umbruch gekommen, weil wir hatten sehr viele neue Mitarbeiter, die noch, also teilweise, die sogar mit uns angefangen haben, andere, die noch nicht so lange dabei waren und wo man einfach gemerkt hat, da ihnen fehlt in einigen Dingen noch das Verständnis für den Betrieb, irgendwie auch einfach auch die Routine und dann gab es aber auch so drei, vier Mitarbeiter, die, die schon seit Jahren, teilweise von Anfang an, auch schon länger, als es die Genossenschaft gibt, dort im Kino gearbeitet haben und das war natürlich für uns extrem wertvoll, weil die Abläufe im Haus muss man ja auch irgendwie verinnerlichen und gut, ich kannte mich jetzt schon mit digitaler Projektionstechnik aus, aber es waren dann doch eben wieder andere Projektortypen, nicht welche, die ich weiterempfehlen würde, aber, also doch, die hatten auch, die haben so ein paar Sachen, wo ich echt sage, okay, das könnte man mal in den anderen Projektoren noch in der Software irgendwie mit erfahren kann und da war es natürlich wahnsinnig gut, dass die noch dabei waren, ja, also weil die Erfahrung, die muss man einfach mitnehmen und ich habe da, glaube ich, auch viel wirklich zugehört und habe hoffentlich auch die Wertschätzung denen entgegengebracht, was aber wirklich, finde ich jetzt so dem Personal gegenüber und ich glaube, das ist auch immer noch das, wo wir am, wahrscheinlich am schwächsten waren, ich glaube, so Personalführung ist dann doch nochmal eine Sache für sich, auch etwas, was, wo ich, glaube ich, noch viel, viel dazulernen kann, einfach, weil ich meine gewissen Vorstellungen habe, wie ein Kinobetrieb zu laufen hat und wie das Personal zu agieren hat in bestimmten Situationen und ich glaube, das richtig rüberzubringen, da hätte ich auch noch ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich gebraucht, ein bisschen mehr Ruhe, vielleicht auch hin und, drumherum, es war ja auch alles immer irgendwie sehr stressig, bis auf wenige, wenige Wochen, aber da würde ich schon sagen, ja, beim nächsten Mal würde ich, wenn ich mal wieder in so eine Rolle gerate, dass ich auch über einen gewissen Personen stehe, da müsste ich doch noch mal an einigem feilen und mir so ein paar Strategien zurechtlegen, aber ich hoffe, dass ich trotzdem den Mitarbeitern gegenüber korrekt war, dass ich ihre Sorgen und ihre Probleme mir angehört habe und versucht habe, da ein bisschen was zumindest gegenzusteuern und ich hoffe, dass ich auch einigen, ich habe bei einigen das Gefühl, dass ich das, was mir ganz wichtig war, auch tatsächlich bei ihnen mal angekommen ist. Ja, aber auch eine total interessante Erfahrung eben, vor allem, ich komme halt gerade von der Uni, ich bin 26 Jahre alt und bin auf einmal Chef, ist ja auch eine komische Situation, alleine eben vom Alter und sicherlich bringt es so auch das Jugendliche mit sich, dass man an sowas halt auch blauäugig rangeht. Ja, und ich meine, als du vorhin gerade so das aufgemacht hast, so, wir sind ja keine BWLer so, wären jetzt, werdet ihr jetzt die BWLer gewesen und hätten wir wahrscheinlich jetzt über interessante inhaltliche Kritikpunkte geredet, so, ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich nichts anderes zu erreichen, als über viel Erfahrung, also sprich auch viele Jahre Berufserfahrung darin, sozusagen diese verschiedenen Anteile, um die es da geht, also irgendwo in der Welt zwischen Buchhaltung und Personalführung und Filmkuration oder Filmprogrammgestaltung, das sind ja schon wirklich sehr interessante Pole, die ganz schön breit auf so einem Feld verteilt sind und ich, ja, ich kann dir an der Stelle auch nur wünschen, also mögst du noch lange in diesem Berufsfeld bleiben können, um sozusagen da, also aus Erfahrung dann das, glaube ich, mitnehmen zu können, ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch nicht theoretisch lernen, also, deswegen habe ich mich gerade auch schon so gefreut, als du gesagt hast, da sind auch Mitarbeiter dabei gewesen, die schon sehr lange dabei sind, weil so habe ich das in meinen Berufserfahrungen auch schon erlebt, also da ist sozusagen viel zu lernen, an der Stelle, wo Leute einfach lange sozusagen auch an einem Ort geblieben sind, das ist ja etwas, was wir scheinbar in unserer Generation gerade verlernen sollen, wollen, wie auch immer, ich glaube, darum geht es gar nicht so, vielleicht ist es ganz, vielleicht kommen wir gerade wieder so an, an so einem Punkt von, ja, wo ist denn mein Platz und wie kann ich möglichst lang gut, gesund und glücklich und erfolgreich da bleiben, so ne, also, ich glaube, da haben wir alle was von. Ja, mehr, weil du das auch gerade sagst, ich kenne das ja von der, ich habe ja vorher auch schon beim Filmfestival gearbeitet, habe es ja auch, habe ja auch zwei Jahre ein Filmfestival in Mainz geleitet und wie waren, also, da sind wir ja auch als Leitung irgendwie reingewählt worden, ja, einfach erstmal nur, um diesen Verein am Leben zu halten, dann haben wir uns ja tatsächlich dann zu viert, haben wir den Mut gefasst und haben gesagt, komm, wir machen jetzt sogar noch dieses eine Festivaljahr und das war so furchtbar in manchen Punkten, ja, also, es war ja wirklich auch teilweise richtig schrecklich und man, was man da alles, was man da alles aber trotzdem dann geschafft hat, ja, ich meine, man muss ja auch immer, also, ich finde, man muss ja auch immer das Leiden irgendwie haben, um das Positive dann rauszusehen, es ist halt immer die Frage, ob das sich gegenseitig aufwiegt, ne, also, wenn es halt zu viel Stress, zu viel Leiden, zu viel Tränen und so weiter ist und zu viel Blut und Schweiß und auf der anderen Seite kommt zu wenig an, dann lohnt es sich nicht, aber wir haben uns dann zum Beispiel bei dem Festival gedacht, okay, das sind halt alles Ehrenamt, da sind super viele Studenten, die sind nach einem Jahr Festival ganz häufig wieder weg, da geht so viel Erfahrung verloren, wir machen das jetzt nochmal, wir haben ja ganz viel gelernt, eigentlich haben wir uns jetzt jetzt so eingefunden, haben wir das zweite Jahr gemacht und haben nochmal so viel Neue dazu machen wollen, wo wir andauernd gescheitert sind, manchen Sachen auch nicht, dass wir danach gesagt haben, okay, jetzt haben wir es auch zwei Jahre gemacht, jetzt sind wir auch ziemlich ausgebrannt, jetzt haben wir keine Lust mehr und jetzt können wir wieder Neue ran, aber da ist es halt genau, genau dort, an solchen Punkten merkt man einfach, wo Erfahrung so notwendig wäre und jetzt habe ich es eben auch einfach hautnah erleben können, natürlich konnten mir die Mitarbeiter nicht Programm-Tipps geben, also außer natürlich so ganz banale Sachen, worauf ich glaube ich wahrscheinlich schon selbst drauf gekommen wäre, aber es war einfach gut, dass sie es gesagt haben, denkt dran, die Pausen zwischen den Filmen müssen lang genug sein, also dass das halt nicht nur irgendwie fünf Minuten sind, sondern halt eher mal eine Viertelstunde, dass man auch mal in den Saal gehen kann, dass auch wenn man mal gerade alleine ist, das irgendwie geregelt bekommt, dass es dann nicht aussieht wie bei Hempels unterm Sofa, ne, und eben allein solche Kleinigkeiten, wir haben sehr viel nachgefragt, hey, wie ist das eigentlich mit dem Popcorn, habt ihr irgendwie, welche Popcorngrößen funktionieren, welche nicht, könnt ihr euch vorstellen, dass wir noch eine größere dazunehmen, wie sieht es bei den Getränken aus, was wird denn bei euch überhaupt nicht verkauft und so, solche Sachen, oder eben, dass eine Mitarbeiterin gesagt hat, bei dieser ganzen Programmankündigung, die wir immer hängen haben, es wäre doch mal wichtig, dass man auch das Genre dazu schreibt, damit die Leute sich was darunter vorstellen können, weil entweder ist dann der Text nicht ausführlich genug, oder er ist zu krude, und das Plakat kann man vielleicht dann auch nicht deuten, einfach, dass dann steht Action oder sowas. Ja, und total, also wäre ich ja niemals drauf gekommen, dass das jemandem fehlen würde, aber eben auch, ich bin ja dann noch jemand, der wahnsinnig in der Materie drinsteckt bei Filmen, und ich informiere mich eben schon recht ausführlich, außer ich fahre zu Festivals, also wir hatten das ja schon mal, da versuche ich ja so gut wie nichts zu erfahren vorher, ähm, ja, und solche Erfahrungen, die waren einfach hilfreich, und, ähm, das dann eben auch mit umzusetzen, auch wenn es mehr Aufwand war, war auf jeden Fall gut. Ja, und, ja. Das ist, das ist mir jetzt gerade noch der Teil, äh, der Menschen, denen man so begegnet, äh, um die es mir jetzt gerade nochmal geht, nämlich die, für die ihr das ja getan habt, oder auch wahrscheinlich auch in Zukunft, die ihr da auf seine Weise auch weiterhin tun wird, äh, um Menschen im Kinosaal, äh, sozusagen zu den Kinomomenten zu verhelfen, äh, hat, hat das, hat die Kurbel, äh, ein, ein, ein Stammpublikum gehabt, habt ihr sowas bemerken können, äh, und, äh, ja, also einfach nur so, wie waren so die, die Publikumsbegegnungen in der Zeit, in der du da warst? Menschen sind ja sehr unterschiedlich, ja, aber hallo ja. Dementsprechend ist das Publikum, äh, ein, ein wunderbares Abbild davon, ähm, also, was, was schon mal ganz gut war, aber das war jetzt auch wenig verwunderlich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen fies klingt, und vielleicht auch so ein bisschen von oben runtergeschaut, aber so ein richtiges Assipack hatten wir halt zum Beispiel halt nicht, ja, also Leute, die gerne mal Multiplex sind, und irgendwie, dich halt den lautesten und größten Action-Blockbuster angucken, mit Popcorn irgendwie wild rumwerfen, das war bei uns jetzt nicht. Weil die Filme auch gar nicht liefen, oder, äh, Nö, nö, einfach, weil, ich weiß nicht, also, es haben wir jetzt aber auch letztens, wir hatten relativ häufig auch, äh, Kinder, Filme im Programm, und das ist schon wahnsinnig, wie viel, äh, wie, oder wie wenig, äh, zwei Aufsichtspersonen bei vier Kindern mit Popcorn anrichten, dass, äh, ein Saal nicht danach aussieht, als wären irgendwie 100 Menschen drin gewesen. äh, 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 okay, ähm, ja, es gab auf jeden Fall auch ein sehr treues Publikum, ja, das, äh, hat man relativ, relativ schnell merken können bei so Sonderveranstaltungen, also, etwas, was, ja, jetzt auch nur, glaube ich, so weit, zumindest in Karlsruhe, und, ich hab's noch nirgends anders gesehen, es gab, in der Kurbel den wöchentlichen Tatort zu sehen, Aha. ähm, etwas, was ich jetzt als Cineast ganz furchtbar finde von der Vorstellung, weil ich denke halt, ja, also Fernsehen und Kino sind für mich getrennte Medienbereiche, ähm, hab dann aber, weil das eben doch relativ erfolgreich lief, auch gesagt, okay, wenn's gut läuft, dann machen wir das halt weiter, und das haben noch, da hat man schon gesehen, da kam jede Woche, das war auch ganz witzig, weil irgendwann wusste man halt auch einfach schon, okay, ja, die zwei Plätze, ja, die sind auf jeden Fall vorreserviert, immer, direkt an dem Sonntag, wo der Tatort läuft, dann sagen sie, hier für nächste Woche, ja, ja, ich weiß, letzte Reihe, sitze 13, 14, auf ihren Namen, ganz klar. Schön. ähm, zum Beispiel die Sneak hatte ein sehr treues, aber, wie so häufig, ähm, bei, bei dem Kino jetzt immer ein zu geringes Publikum. Ah ja. Ja, also ich mein, ähm, man geht natürlich, man geht jetzt nicht in eine Insolvenz, weil alles super läuft, oder weil alle Leute super viel Geld da lassen, sondern, ähm, es hat natürlich etwas damit zu tun, wie hoch sind die Kosten, wie hoch sind die Einnahmen, und wenn sich das halt auf Dauer nicht rechnet, dann hat man ein Problem. und da gibt es halt nur zwei Hebel, die man in Bewegung setzen kann, entweder halt die Kosten einsparen, oder die Gewinne maximieren. Und, äh, das war jetzt, ähm, wenn man im April anfängt, ich denke, die meisten Leute werden es aus eigener Erfahrung wissen, der Sommer ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um ins Kino unbedingt zu rasen. bei den Temperaturen vielleicht schon, weil viele Kinos haben ja doch Klimaanlagen, wir hatten es vorhin davon, vielleicht hört man es auch, dass meine Stimme ab und zu so ein bisschen krächzt, ja, also ich bin ein bisschen erkältet, weil ich jetzt, also ich komme auch gerade aus noch, habe mir noch eine Abschiedsvorstellung gegeben. Ja. Ähm, Ich komme da auch gleich noch drauf zurück, ja, aber. Äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Eigentlich, ähm. Ja, du warst das gerade, ja, warst du beim Publikum und bist jetzt in Einnahmen gekommen. Genau. Ähm, und es war jetzt natürlich auch, wir haben ja relativ, relativ spät die Entscheidung jetzt zum Beispiel getroffen, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt noch die letzte Woche. Ja. Ähm, die Gründe dazu möchte ich jetzt gar nicht ansprechen, warum wir das so gemacht haben, aber, äh, da kam natürlich dann auf einmal die Reaktion und da waren sehr, sehr viele, ähm, die es wirklich schade fanden, wo man auch gemerkt hat, okay, diese, es ist halt ein traditionsreicher Ort, 60 Jahre, 61 Jahre, äh, ist dort immer ein Kino gewesen. Ja. Und es ist jetzt schon die Frage, die Kinemathek bleibt erstmal im Haus, aber es ist schon die Frage, was jetzt mit diesem Haus passiert. Ja. Die Frage habt ihr auch schon erörtert, ich kann sie noch nicht beantworten. Ja, okay. Ähm. Ist es etwas, was da noch in eurer Hand liegt? Also werdet ihr in irgendeiner Form noch Weichen stellen, äh, oder ist jetzt wirklich quasi heute letzter Arbeitstag gewesen? Wie sieht es da gerade aus? Ja, so, so ganz letzter Arbeitstag ist es insofern noch nicht, dass wir jetzt schon noch der, dem, der Insolvenzverwalterin zuarbeiten müssen. eben bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann sagen, so, jetzt sind wir weg. Ja. Oder sie uns kündigt. Ja. Das sind eigentlich der normalen Wege. Ähm, aber, ja, da hat man einfach gemerkt, okay, es gab viel Zuspruch, es gab aber auf der anderen Seite auch sehr viel Ärgernis, äh, gerade ein Problem sind Gutscheine. und da zeigt sich dann auch so die wahre, das wahre Bild vom Menschen. Also jeder sucht sich ja so seinen Philosophen aus, ne, dessen, dessen Menschenbild man irgendwie vertritt oder am ehesten nachvollziehen kann. Ich bin so ein bisschen Schopenhauer. Ja, da fehlt mir jetzt ein bisschen das Verständnis, um zu wissen, was das jetzt bedeutet. Äh, Schopenhauer hat so eine, äh, also, das, was mir von Schopenhauer am besten gefällt, ist seine Parabel mit den Stachelschweinen. Ja. Zwei Stachelschweiner, die in der Kälte sind, zusammenrücken, um sich zu werben, aber ihre Stachel stechen sie, ähm, mit denen stechen sie sich gegenseitig blutig. Und das ist halt das Bild von Menschen, sie können nicht ohne und sie können nicht miteinander. Und, ähm, so ein bisschen bin ich manchmal dann auch, vor allem, wenn ich Menschen treffe, die ich nicht kenne. Ja. Und, ähm, ja, da hatten wir ganz schön, ja, schwierige Gespräche und es war vor allem, aber es tat mir dann natürlich vor allem für die Leute leid, die gar nichts dafür können, nämlich unser Kassenpersonal, die dann sich eben teilweise dort auch Hass-Tiraden aus seinem, äh, gegenüber gesetzt sehen, wo ich dann eben auch angeboten habe, also wenn ihr nochmal sowas kriegt, entweder legt ihr halt auf oder, oder ihr ruft mich halt an. Das ist nichts, was ihr klären müsst, das ist halt eine Entscheidung, die wir nicht mal mehr fällen können, also dass man halt Gutscheine nicht mehr, äh, stornieren durfte zum Beispiel. Oh ja. Das lag dann auch schon nicht mehr in unserer Hand. Ja. Ähm, und, ja, insofern, also es war schon ein sehr treues Publikum, das ist ja jetzt auch etwas, ich weiß nicht, guckst du dir manchmal FFA-Studien an? Äh, nein, aber sag mal, was dir da aufgefallen ist. Ähm, also jetzt die aus dem letzten Jahr war für mich insofern nochmal interessant, also zum einen natürlich, also ich hab mir die sowieso gerne mal angeguckt, also es sind die Studien zum Kinobesucher, es hat sich jetzt im Vergleich zum Vorjahr nicht so wahnsinnig viel geändert, ich glaub, der deutsche Film war was schwächer, aber, was eine sehr interessante Statistik für mich jetzt eben, war dann auch als, ähm, Geschäftsleiter eines Kinobetriebs, dass, zwar das Publikum insgesamt immer etwas sachte zurückgeht, dafür nehmen die Heavy User, also das können die Heavy User noch zumindest, äh, so, ähm, aufgreifen und, ähm, und ausgleichen. Ja. Das, und eben, dass vor allem die Kinobesucher, ich glaub, also auf jeden Fall weit über die Hälfte der Kinobesucher gehen in ein Kino. Das heißt, das ist ein sehr treues Stammpublikum. Und, ähm, das hab ich dann eben auch schon gesehen, dass man viele dann doch schon nach kurzer Zeit wiedererkannt hat. Ja. Ähm, und das waren auch sehr nette Menschen, wo man dann einfach auch nur, äh, denen quasi zugewunken hat und sie wissen ja, wo sie hin müssen. Ähm, ja, das war. Bei so einem treuen Publikum, äh, fällt mir jetzt grad so ein, ähm, ist das ja auch vielleicht noch auch nochmal eine schöne Herausforderung gewesen, sich zu überlegen, was bieten wir im Programm an? also neben dem, also neben dem, was vielleicht so in Sachen Wochenstarts sich irgendwie schon etabliert hat. Aber gab's so was bei dir auch so dieses Gefühl zu, okay, jetzt hab ich auch nochmal die Gelegenheit, äh, hier mal, ähm, auch ein Filmprogramm in einer Richtung zu gestalten, wie das vielleicht, also dem, also meinen eigenen inhaltlichen Ideen mal ein bisschen näher kommt. Also, ne, die Gelegenheit ist ja damit ja auch verknüpft. Zumindest stelle ich mir das so vor. War das so? Gab's mal so einen Moment, wo du sagen konntest, ach schön, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, mal diesen Film oder, äh, oder den aktuellen Film mit dem Programm zu verknüpfen? Gab's solche Momente? Hattest du Gelegenheit dazu? Es, ähm, es gab seltene, seltene Fälle. Ähm, erst mal muss man sagen, Karlsruhe, hartes Pflaster für Kinos. Ja. Ähm, es ist zwar, glaube ich, auch das, äh, seit, äh, Karlsruhe konkurriert, glaube ich, immer mit Freiburg, um die, um das Kino-freundlichste Publikum, das es gibt, also, diese Städte haben pro Kopf die meisten Kinobesuche zu verzeichnen jährlich. Ähm, in Karlsruhe gibt es aber eben, ähm, wird das bestlaufendste Multiplex-Kino Deutschlands. Ah, ja. Das ist, äh, auch mit IMAX-Saal versehen ein Sinistar. Ja. Und, äh, wirst du sicherlich auch schon gehört haben, die Schauburg. Mhm, in der Tat. Ist eines der vier Bastionen der Programm, also des Arthouse-Kinos in Deutschland. Und das heißt, man hat eigentlich schon den Großteil des Marktes mit diesen zwei Playern, mhm, hat man's eigentlich schon abgesteckt. Dann gibt es noch ein weiteres, so, äh, ich glaub, zur Cinemax-Kette gehörendes Kino in der Innenstadt. Das kommunale Kino mit der Kinemathek und dann gab's noch immer noch die Kurbel. Und es war, es war schon schwierig, da irgendwie erstmal eine Nische zu finden. Ja. Ich hab halt eigentlich immer so diesen Leitgedanken von Anfang an dann mitgenommen, ja, cool, es ist ein genossenschaftliches Kino, also es ist doch irgendwie ein Kino von Bürger für Bürger. Mhm. Und es ist natürlich auch so ein wenig der Gedankengang eines kommunalen Kinos, also zumindest mal das für die Bürger zu machen. Ja. Und eben nicht für ein Publikum, sondern es geht halt um die Leute, die hier wohnen. Ähm, und es war halt auch interessant, uns wurde, glaub ich, in der ersten Woche, wurde uns eine App vorgestellt, deren Sinn mir sich einfach bis heute nicht so richtig erschließt, wo es irgendwie darum gehen sollte, dass man sein Publikum besser kennenlernt, darüber, dass die, äh, eben über Filme abstimmen, wie sie sie fanden, aber eben auch nur die, also dass da auf das Kino spezialisiert war, die Kino-Trailer gucken und bewerten konnten und so quasi, dass man sehen kann, oh, 100 Leute fanden den Trailer zu Film XY super, den, und die gehen bei uns ins Kino, den sollten wir programmieren. Mhm. Ähm, das ist sicherlich etwas, was man nutzen kann, ich find's aber reichlich dämlich. Ich, also zum einen, wurde, sollten, wollten die mir verklickern, dass man, äh, erstens, dass ich mein Publikum so ein bisschen verarsche, weil ich sage, am liebsten ist es mir, sie kaufen Gutscheine und verlieren sie oder lösen sie nicht ein. Also das ist ja Geld, das hab ich, muss es nicht mal versteuern. Ja, ja. Aber das ist halt der, der wirtschaftliche, der ökonomische Faktor, den man sieht, ähm, anstatt dann eben so digitale Belohnungen irgendwie rauszugeben. Ja. Und auf der anderen Seite, also wurde mir so ein bisschen vorgeworfen, ja, ich, äh, interessiere mich nicht für mein Publikum, aber ich hab mir gedacht, naja, wenn ich so eine App dazwischen schalte, zum einen wird sehr, ein sehr großer Teil unseres Publikums davon ausgeschlossen. Nämlich gerade die, die nicht so smartphone-affin sind. Mhm. Und das sind, äh, ja, ältere Zuschauer, von denen wir doch einige auch hatten, mitunter. Ähm, und, naja, ich guck mir halt die Zahlen an, der Filme, die schon bei uns liefen, und kann daraus schon ziemlich genau, weil ich weiß, was das für Filme sind, oder ich guck's mir dann nochmal an, wenn ich's nicht wusste, ähm, schau ich mir an, okay, das kam anscheinend gut an, könnte man in der Richtung nochmal was programmieren. Ähm, das war so mehr oder weniger meine Herangehensweise. Dann hatten wir noch das Problem am Anfang, dass unser Kinoprogramm über eine Filmdisposition aus Hamburg lief, mit deren Arbeit, also ich nenn den Namen jetzt nicht, aber mit deren Arbeit war ich mehr als unzufrieden und, ähm, wir hatten uns von Anfang an eigentlich vorgenommen, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen eingefunden haben, werden wir dieses Vertragsverhältnis kündigen und uns selber um die Dispo kümmern. Ja. Wir waren noch nicht richtig eingearbeitet, aber so unzufrieden, dass wir das sehr schnell gemacht haben mit dem Kündigen und die waren offensichtlich so perplex darüber, dass wir so viel auszusetzen haben an ihrer Arbeit, dass die uns quasi umarmt haben und gesagt haben, mach Quatsch, Kündigungsfrist brauchen wir nicht, nächste Woche machen wir den Cut und das war tatsächlich eine sehr coole Arbeit dann, nicht, dass es nicht auch anstrengend gewesen wäre, äh, mit den Verleihern zu kommunizieren. Ähm, ich hab's eben gesagt, die Lage in Karlsruhe ist schwierig mit den vielen Kinos und, ja, ich hätte gerne mein eigenes Programm gemacht, aber da kommt dann vor allem die Schauburg einem ganz schön in die Quere, auch wenn man die Filme ja mittlerweile digital bekommt, sind sie ja doch begrenzt in ihrer, in ihrer Kopienzahl und Karlsruhe ist dann doch nicht so groß, dass irgendwie jeder Film zwei-, dreifach irgendwie angeliefert wird und man stand also immer in Konkurrenz und hatte meistens, meistens das Nachsehen, ähm, nicht immer und da war man dann immer besonders froh, wenn's geklappt hat, zum Beispiel, dass wir den Lady Bird den ersten, das Regie-Debis von Greta Gerwig zeigen konnten, der bei unserem Publikum auch gut ankam, ja, was ich mir eigentlich auch gedacht hatte, ähm, und, äh, wo es dann eher funktioniert hat, waren eher nicht die aktuellen Filme, sondern so, ähm, na gut, zum einen konnten wir die Sneak relativ frei planen, es sei denn eben, der Film war schon in einem anderen Kino gebucht zu dem Zeitpunkt und weil, also, bei vier Kinos gibt's tatsächlich vier Sneaks oder sogar noch mehr die Woche, ist dann auch schwierig, aber bei der Sneak konnten wir uns so ein bisschen mehr austoben, da waren die, ähm, Verleiher doch deutlich offener und was am meisten eigentlich Spaß gemacht haben, waren dann so Sonderveranstaltungen, dass wir zum Beispiel Dirty Dancing gezeigt haben, ähm, wo wir dann mit einem Tanzstudio bei uns um die Ecke einen Schnupperkurs im Anschluss anbieten konnten, ähm, und was jetzt, äh, nahezu der gründer Abschluss war, es war leider nicht der letzte Film, aber wir hatten jetzt, äh, am Dienstag, bei uns war immer dienstags die Sneak, haben wir uns, ähm, gedacht, wir können unsere Sneak ja auch noch ein bisschen mehr aufwerten, also wir haben schon damit angefangen, dass wir eine Impro-Theatergruppe, ähm, engagiert haben, also die durften kostenlos dann ins Kino bei uns, und die haben eine Moderation Gewinnspiel gemacht, ich fand das super passend, dass eine Impro-Truppe, ja, immer was Überraschendes macht zu einem Überraschungsfilm, das kam auch sehr gut an, ja, ähm, aber hat jetzt noch, im Sommer konnte man jetzt nicht daraus erahnen, ob jetzt die Sneak dadurch wirklich, äh, wichtiger wurde, oder ob das tatsächlich ein Grund war, da hinzugehen, ähm, wir hatten jetzt aber am letzten Dienstag im Juli die erste und leider eben auch die letzte Classic-Kult-Sneak, ihr macht das ja, oder Max macht das ja im Libu, ihr berichtet da nur immer schön darüber im Nachhinein und schon davor währenddessen, ähm, gibt's ja die Schatzkiste, wo, ähm, alte Filme, auch mit, mit Anmoderation und Hintergrundwissen, sehr schön, ähm, gezeigt wird ja, drei, vier Mal sogar, oder? Oder auf jeden Fall auch mehrere Termine, ähm, ich hab jetzt in einem Kino in Bonn, wo ich früher sehr häufig war gesehen, die haben jetzt auch so eine Reihe, wo sie Klassiker zeigen, das sind dann natürlich auch so die üblichen, also es ist nicht, es ist jetzt nicht der Film die üblichen Verdächtigen, sondern, ich meine, es sind die Filme, die man normalerweise denkt, ähm, und, äh, also es scheint gerade so ein Trend zu sein und der funktioniert wohl ganz gut und wir hatten jetzt tatsächlich am Dienstag bei 36 Grad 100 Leute in der Classic-Sneak und, äh, da hatten wir uns noch kurz entschlossen und haben gedacht, hey, wie wär's, wenn wir zeitgenössische Trailer zeigen. Ja, schön. und wir haben, also der Film war Blues Brothers. Ja. Im Nachhinein, Wahnsinn, äh, was es für Parallelen dann doch zu unserer Situation gab. Ach, jetzt bin ich bloß präsent, ist das so, ja? Ja, mir war das auch, mir war das nicht klar, es hat dann einer uns gesagt, äh, also die Blues Brothers sind ja auf göttlicher Mission und wollen ja irgendwie dieses Heim, äh, aus dem sie stammen mit 5000 Dollar, das sie dann mit dem Auftritt verdienen, retten. Und das war uns nicht bewusst, ja, ähm, war ja auch nicht so geplant, dass es jetzt auch eine der letzten großen Veranstaltungen ist. Und du warst auch dabei, du hast mit im Saal auch gesessen, ja? Ja, ja, ich hab auch, ich hab auch die Leute da nochmal begrüßt und, äh, hab mich kurz vorgestellt, hab gesagt, so, ja, jetzt noch so als kleine Überraschung on top, sehen sie jetzt gleich Trailer, die sie damals vor dem Film tatsächlich hätten sehen können. Und ich kannte, ich kannte Blues Brothers noch nicht, ja, mein Kollege schon und der hat auch gesagt, damit müssen wir anfangen und ich hab gesagt, ja, ja gut, Kultfilm, klar, gut, machen wir, 80er Jahre sind gerade eh total in. Und dann hat mir halt, äh, hab ich halt drei Trailer rausgesucht und das war, das erste war halt einfach, um die Zeit einzufinden, ja, war Empire Strikes Back. Und dann, äh, kam Airplane, also die verrückte Reise in einem Flugzeug. Ich hab halt gedacht, ja, okay, der Film ist halt super witzig, kann man zeigen und der Trailer ist auch super. Und dann hatten wir noch Fame und da hab ich halt gedacht, ja, Fame passt ja so musicalmäßig. Ja. Und mir war halt einfach nicht bewusst, dass Blues Brothers fast genau so einen absurden Humor hat wie Airplane, dass diese beiden Trailer davor eigentlich die Essenz des Films, der danach kam, so perfekt eingefangen haben. Äh, das war schon, war ziemlich cool und tatsächlich, das war auch der, wirklich, ähm, quasi, äh, für uns war es eigentlich so der Abschluss, weil bei der letzten Vorstellung dann am Mittwoch waren wir nicht mehr im Haus, äh, dass danach tatsächlich das Publikum auch applaudiert hat für den Film. Und das hat man ja gar nicht mehr so häufig, außer man ist auf dem Festival, da sind die Filmemacher da oder sowas, dass es tatsächlich Applaus gibt nur für den Film oder für die Vorführung. Ich denke nicht, dass jetzt für meine Ansprache es den Applaus dann zwei Stunden später gab, so gut war sie nicht. Ähm, Nee, aber ich glaube, die Wertschätzung, die man auch vielleicht durch so eine Ansprache und überhaupt durch solche Ideen, wie ihr das rahmt und dass da diese Trailer kommen, also man setzt ja quasi, man stiftet ja oder man, man, man organisiert eine Atmosphäre und die kann sich dann so positiv entladen und also, schön, wenn die Sachen da so zusammenkommen, ne, also. Ja, fährt mir jetzt noch gerade ein, weil irgendwie, ich bin ja auch auf so eine Art von Mission jetzt gegangen und habe, also bin ich ja immer, ich bin ja schon Cineast, ja, und ich will ja Leuten sagen, Kino ist nicht tot. Auch wenn jetzt wieder ein Kino schließt, Kino wird immer tot gesagt, aber dieser ganze Kram jetzt auch mit Virtual Reality und sowas, ich sehe es nicht, dass das das Kino verdrängen könnte. Nö, im besten Fall ist ein Teil davon, aber ja. Ja, also ich werde mich auf jeden Fall mit allem, mit Füßen und Händen dagegen wehren, dass das Kino untergeht als, als gesellschaftliches, soziales, ja, ähm, kulturelles Erlebnis. Und es war wirklich toll, auch an dem eben vorletzten Tag, wo wir dann auch noch an der Kasse ausgeholfen hatten, weil, ja, es kamen halt nochmal viele Leute. Eben, wir hatten kommuniziert letzte Woche. Ja. Es wurden auch sehr viele Gutscheine noch eingelöst. Schön. Aber das tatsächlich so ein, ich weiß nicht, acht-, neunjähriger Junge war mit seinem Vater dann da und der Junge hat dann zu mir gesagt, dass er es super schade findet, dass wir es schließen. Und da habe ich echt gedacht, wow, krass. Also, natürlich habe ich jetzt noch in meinen drei, vier Monaten, die ich da war, nicht wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass der Junge viel ins Kino geht. Ja. Aber, dass es von so einem Jungen kommt, der dann auch sagt, das Multiplex Kino, das große, das ist ihm zu laut und er fand das hier immer so schön, dass es so ruhig war und irgendwie so familiär. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, für den tut es mir jetzt auch wieder so richtig leid. Am meisten tut es mir tatsächlich für einige Mitarbeiter leid. Mhm. Und dann sind es eben so die paar Leute im Publikum, die ich einfach immer wieder gesehen habe, wo ich auch wirklich denke, okay, die sind halt auch einfach in die Kurbel gegangen. Die sind nicht mehr ins Kino gegangen, sondern die Kurbel hat halt dazu gehört. Und das sind Leute, die wahrscheinlich, ich kann es mir, bei einigen werde ich, glaube ich, die gehen so auf die anderen Spielorte über. Aber ich glaube auch einfach, dass jetzt diese Schließung keinen großen Anteil, also Karlsruhe wird jetzt sicherlich nicht wegen der Schließung der Kurbel weit, weit, weit runterfallen von diesem Ranking des kinofreundlichen Publikums. Aber es wird, glaube ich, einige einfach geben, die jetzt nicht mehr ins Kino gehen, was mir sehr leid tut. Aber wo mir halt leider auch und auch meinem Kollegen natürlich, also so wahnsinnig viel Spielraum hatten wir leider nicht mehr. Du, ich, gerade als du vorhin so auch beschrieben hast, schwer zu sagen, ob die Sneak sich schon verändert hat mit den Programminhalten, die ihr da noch reingebracht habt. Also meine Erfahrung jetzt Max zu beobachten, wie er da jetzt seit drei Jahren diese Schatzkiste macht im LIWU, das hat wirklich, also um da was nachhaltig wachsen zu lassen, braucht man wirklich einen langen Atem. Aber man merkt, also nach ein, zwei Jahren war einfach ganz offensichtlich, es gab Leute, die sind halt zur Schatzkiste hingegangen, weil sie vertraut haben, das wird schon irgendwie interessant sein. Also nicht jeden Film kannten die Leute dann vorher und trotzdem hat sich da auch ein treues Publikum irgendwann gefunden. Einfach weil so, das war einmal im Monat, war das da so. Ja. Du sag mal, wenn, das wäre noch so eine Frage noch aus dem Vorgespräch mit Max, die mir jetzt auch gerade wieder eingefallen ist, siehst du noch äußere Gründe jetzt so im Rückblick, die jetzt auch dazu beigetragen haben, dass es am Ende diese Entscheidung geben musste? also war das jetzt quasi, wäre das jetzt gerade Winter gewesen, hätte es vielleicht noch bis zum nächsten Sommer gereicht oder so, also spielt sowas auch eine Rolle oder was hat von außen noch eingewirkt, dass es so gekommen ist? Also was weißt du jetzt vielleicht ein Stück mehr als vorher? Ja. Also es wäre anmaßend jetzt zu sagen, wenn mein Kollege und ich im Oktober übernommen hätten, wäre alles gut gelaufen. Das kann ich so, das habe ich auch nie jemandem gesagt, auch der Genossenschaft gegenüber nicht und das habe ich auch meinen Vorgängern, an denen ich vieles, vieles auch persönlich vorhalte, also da ist es leider, das ist wirklich verbrannte Erde, was da hinterlassen wurde, aber das würde ich ihnen auch nicht komplett ankreiden. Ich sage nicht, dass es wegen denen bergab gegangen ist, aber was man sagen kann, man hätte vielleicht vorher schon was mehr gegensteuern können. Äußere Einflüsse gab es wahnsinnig viele. Ich habe es eben, ich habe es ja schon gesagt, die Konkurrenzsituation in der Stadt ist enorm. Ein Kino kann vor allem eben nur dann gut laufen, wenn die Filme stimmen und die Leute wegen der Filme kommen. Also sie kommen, natürlich es kommen einige einfach auch fürs Flair, fürs Feeling, aber dass die Leute für unser Popcorn kommen, das sehr gut war. Aber, oder nur weil, weil es halt so familiär bei uns ist, das ist halt utopisch, darauf kann man sich nicht ausruhen. Man kann sich auch nicht darauf ausruhen, dass man immer nur die neuesten Filme zeigt und auch nicht nur das, was man halt gerade kriegt. Man muss, das ist ganz klar, man muss heute für einen Mehrwert sorgen. Und da wäre auch noch vieles gekommen, wir hatten auch viele Ideen und auch schon einiges, was angedacht war, was vielleicht die, wenn es ein bisschen früher alles hätte umgesetzt werden können, ja, vielleicht wäre es dann jetzt noch nicht zu diesem Punkt gekommen. Das kann ich nicht genau beurteilen. Es ist aber auch so, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das in Rostock auch so oder ob du das so jetzt bestätigen kannst. Die gesamte Kinobranche hat ein extrem schlechtes erstes Quartal hinter sich gehabt und Wetter- und WM-bedingt ein erfahrungsgemäß schlechtes zweites Quartal. Also im ersten Halbjahr haben die großen Kinoketten etwa 18 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr gemacht. Und die kleineren Kinos, die Programmkinos eben vor allem sind bei etwa 9 Prozent Minus. Wir sind da irgendwo so dazwischen, was auch irgendwie dazu passt, wie wir uns so programmatisch ausgerichtet haben, weil wir eben sowohl den Massengeschmack, wir hatten den neuesten Star Wars-Film, Jurassic World, Ready Player One und sowas, Mama Mia jetzt, war bei uns genauso ein Programm wie die Pas-Franciskus-Doku, die im Multiplex-Kino grandios und krass gescheitert ist. Der ist ja mit wahnsinnig vielen Kopien gestartet und ganz schnell wieder aus den Kinos raus. Lady Bird war so ein Film, drei Tage in Quiberon, die bei uns gut liefen. Aber man brauchte eben trotzdem auch diese massentauglichen, großen Blockbuster aus Amerika, vor allem eben, um diesen Betrieb irgendwie zu führen. Und dann war es eben einfach schon, wenn man gewisse Filme nicht kriegt, dann ist es schon schwierig oder zu spät bekommt. Und das hatten wir schon relativ häufig. Dann kommt es einfach dazu, das Kino war halt, ich habe es ja schon gesagt, mit enorm wenig Startbudget überhaupt erst gestartet. Also dann war es auch immer so, dass es halt irgendwie auf Kante genäht war. Und jetzt gab es eben ein deutlich unter den Prognosenbleiben das erste Halbjahr. Und wenn es eben, das können die Kinos verkraften, die Rücklagen bilden konnten. Und die gab es eben auch nach den acht Jahren noch nicht. Das war immer noch ein Kino, das hat sich gut entwickelt über die Jahre. In den letzten Jahren nicht mehr so positiv, wie man das gehofft hätte oder wie es auch notwendig gewesen wäre. Und irgendwann holt es dann einen vielleicht auch ein. Ja, also, aber wenn jetzt das erste Halbjahr nicht so schlecht gewesen wäre, wäre es womöglich, also hätte es aber sein können, dass wir im nächsten Jahr wieder dort gestanden hätten. Es ist jetzt auch so, dass wir uns ja schon auch bemüht haben, darum diese Insolvenz abzuwenden. Wir haben sehr viele Wochen darum gekämpft, Investoren, Sponsoren und auch Privatleute die Genossenschaft nochmal zu aktivieren. Aber irgendwann musste man dann auch so realistisch sein und sagen, okay, die Projektoren sind noch nicht abbezahlt. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn man das im gleichen Schritt dann macht. Man müsste mal ganz schön investieren in das Haus. Man müsste mal die Säle modernisieren, neue Sitze, neue Böden rein. Die eine oder andere Leinwand hätte über kurz oder lang auch mal ausgewechselt werden müssen. Und dann sind wir irgendwann in Bereiche vorgestoßen, wo wir gesagt haben, also wenn wir wirklich mit vollem Vertrauen sagen, wollen, dieses Kino kann deutlich besser laufen, dann ist so viel an Investitionen notwendig, dass ich jetzt am Ende auch gesagt hätte, also unter einer Viertelmillion Euro Investitionsbudget wäre es wahrscheinlich ein mehr als abenteuerliches Vorhaben gewesen, das nochmal umzureißen, das Ruder. Vor allem, wenn es dann nur auf wenigen Personen irgendwie und teilweise, es waren tatsächlich Personen bereit, auch noch eine Menge Geld reinzustecken, aber das wäre etwas gewesen, was ich einfach auch mit gutem Gewissen nicht hätte vertreten können, als derjenige, der im Endeffekt ja dann dafür verantwortlich ist, ob es läuft oder nicht. und wenn dann da noch jemand privat irgendwie mit drin steckt und dann kommt nochmal so eine Phase, die man nicht prognostiziert hat, wo wirklich enorm, enorm Einnahmen fehlen, dann wäre das nicht fair gegenüber der Person gewesen, ihr nicht zumindest noch einmal richtig ins Gewissen zu reden und zu sagen, also das ist eine Investition, die ist höchst riskant. Ich kriege großen Respekt vor eurer Leistung, also weil mir das nochmal so richtig bewusst wird, Respekt vor der Verantwortung, die man dort in der Hand hält für so vieles, also für die Menschen, die dort arbeiten und für die Menschen, für die man das gerne auch noch sehr viel länger gemacht hätte. Ist das eigentlich etwas, wo ihr beiden jetzt sozusagen auch alleine jetzt diese Entscheidung treffen müsst und vertreten müsst oder seid ihr da, ist das irgendwie was, was sich auch noch ein bisschen auf Schultern verteilen darf gerade? Weißt du, was ich meine? Ja, also der, die Entscheidung jetzt mit der Insolvenz, das war etwas, das mussten wir machen. Als Vorstand sind wir eben diejenigen, die auch den Antrag stellen mussten und um uns da eben keine, um dann nicht noch persönlich in die Haftung zu treten, da muss man bestimmte Fristen einhalten und das haben wir dann eben auch so gemacht. Die Entscheidung, den Spielbetrieb zu schließen, das wäre jetzt eigentlich dann eine Entscheidung gewesen, die eher der Insolvenzverwalter oder die Insolvenzverwalterin trifft. Die haben wir dann in Absprache mit dem Aufsichtsrat, nachdem wir unsere Situation geschildert haben, dass es einfach, ja, auch aus verschiedenen Gründen, das kann ich dir im Privaten nochmal sagen. Ja, ist okay. Ich will dich auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Nee, nee, das wäre jetzt nichts, aber das ist... Alles gut, ja. Genau. Genau, aber das war dann etwas, was wir dort in Absprache gemacht haben und es war auch schon so, dass der, dass auf jeden Fall der Aufsichtsrat in vielen Punkten, sei es bei einfach auch nur der Vermittlung mit, mit Insolvenzberatern zum Beispiel, dass dort, dass dort eben die Kontakte da waren oder eben geschaffen wurden. In sehr vielen Gesprächen standen die uns schon mit Rat und Tat zur Seite, wobei man eben auch da sagen muss, das sind Leute, die haben das ehrenamtlich gemacht, neben ihrem Beruf und allesamt ohne wirkliche Kenntnisse wie Kino funktioniert. und ich bin auch nicht in absoluter Weisheit gebadet und kann jetzt sagen, hey, also hört mir zu, ich weiß, wie der Kinomarkt läuft, aber ich kann schon mit Fug und Recht behaupten, ich verstehe schon einiges so auch, was hinter dem, was hinter dem, hinter dem normalen Spielbetrieb so funktioniert und wo die Hebel sind, die man vielleicht in der Hand hält oder eben sehr viel häufiger auch nicht und wie man da mit umgehen muss. Also ich kann das große Ganze dahinter schon auch irgendwie durch mein Studium vor allem eben auch sehen und dieses Wissen, das war aber gut, da hat sich zum Beispiel der Aufsichtsrat eben auch auf uns, also auf Daniel und mich eben verlassen und haben gesagt, okay, wenn ihr sagt, es ist so und wenn ihr sagt, okay, wir machen jetzt den Betrieb nicht weiter aus den und den Gründen, dann ist das eure Entscheidung und wir stehen da hinter euch und das war natürlich schon wichtig. Ja, schön. und ja, insofern, es wäre etwas gewesen, glaube ich, was bei einer Genossenschaft ich mir teilweise noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, einfach so einen Rückhalt, aber im Endeffekt über acht Jahre, das sind dann eben auch teilweise einfach Leute mal dabei gewesen, die haben das mehr oder weniger auch aus Freundschaftsdienst zu den Leuten gemacht, die das initiiert haben, die waren gar nicht so richtig jetzt darüber im Klaren, was die da überhaupt unterstützen, weil es auch zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht gar nicht so notwendig war und die, die dann später nochmal dazugekommen sind, das war dann auch mehr oder weniger so, oh ja, es wird ein bisschen knapp, kannst du uns hier unterstützen und so ein Genossenschaftsanteil ist einfach für, für diese Art von Betrieb enorm viel Geld wert, weil es, soweit ich weiß, nicht versteuert wird, also es ist eine direkte Einnahme, die man recht gut, recht gut schnell verwenden kann, aber es war eben am Ende, Genossenschaften gründen sich ja häufig auch, weil man gemeinsam sich Vorteile schaffen möchte, weil man eben auch, zum einen sammelt man Kapital an, aber man macht das ja auch häufig, um sein Kapital zu steigern, das war jetzt glaube ich aber allen klar, die bei der Kurbel Filmtheater EG eingestiegen sind, das ist kein Gewinnmaximierungsunternehmen und Vorhaben, das ist eine, man kann es als Kulturförderung sehen. Hier in Rostock gibt es das zum Beispiel mit dem Kunst- und Medienzentrum Frieda 23, da gibt es dann eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, wo jetzt nennen es auch die Leute Aktien gezeichnet haben, von denen sie auch wissen, dass sie damit jetzt keine Reichtümer anhäufen, sondern gerne auch einen Betrag X investiert haben und das war wichtiges Geld für einen Umbau und so weiter. Ja. Ja, schön. Also ich merke so, das wäre für mich glaube ich so Teil 2, den du hoffentlich dadurch dann anstößt, wenn du deine nächste Anstellung in der Nähe eines Kinos oder eines Festivals oder wie auch immer hast. Weil ich würde tatsächlich gerne da auch nochmal so in die Erfahrung rein, ja also du hast jetzt sozusagen das Genossenschaftsmodell in Karlsruhe für die Kurbel kennengelernt und da bestimmt auch so einiges bei gelernt, aber ich glaube, das ist gerade so, das wäre vielleicht spannend beim nächsten Anfang, da nochmal den Rückblick dann vielleicht zu machen, wenn du Lust hast. Jetzt gerade bin ich neugierig, wie du, du hast ja am Anfang angedeutet von unserem Gespräch, dass du nochmal, du warst heute nochmal in der Kurbel, du hast auch noch einen Film geschaut, was blieb so als ein schöner Moment so vom heutigen Tag? vom heutigen Tag erst mal ausschlafen können, so gut es geht bei dem Wetter. Dann waren die Aufgaben, die zu erledigen waren, waren eher lästig, ja man muss halt die Buchhaltung noch auf den neuesten Stand bringen, weil eben der letzte Tag gestern war, hat mir das jetzt nochmal für die Vorbereitung der Insolvenz noch alles auf den neuesten Stand gebracht. Also die Aufgaben waren jetzt nicht die, die wahnsinnig viel Spaß machen und ja, dann hat man sich halt nochmal einen Film angeguckt, ich sag nicht welchen. Ja, ja, das stimmt. Einfach nochmal so als Abschluss und das war sicherlich ein schöner Moment, vor allem da waren dann eben auch noch zwei Leute aus der Genossenschaft mit und man hat sich nochmal ein bisschen auch unterhalten und ausgetauscht und ja, war einfach nochmal schön so in dem Saal zu sitzen, wobei wie auch für mich war halt wirklich eher dieser Abschluss dann diese Classic Sneak, weil ich einfach auch gerne, immer schon gerne ältere Filme auf der großen Leinwand gesehen habe. Deswegen gehe ich ja zum Beispiel oder wird jetzt auch demnächst wahrscheinlich nächstes Jahr, wird es wahrscheinlich wieder klappen, zur Berlinale zu fahren und da interessiert mich nicht, was da, auch wenn er, ne, die neue Leitung kommt ja erst noch, das dauert ja noch. Einmal Kostlik. Aber dass ich mir dann lieber die Retro und die Berlinale Classics und Hommage angucke, als den neuen Kram, den man entweder eh im Kino sehen kann oder sowieso nicht so toll ausgewählt ist. Oder jetzt ist es auch interessant, weil ja dieser Film und auch der 100. Geburtstag, Ingmar Bergmann glaube ich, ist dieses Jahr, dass ja jetzt auch viele, vor allem eben seiner großen Bekanntenfilme noch mal ins Kino kommen. Ja, oder auch im Fernsehen rauf und runter gespielt werden. Das ist so, die Präsenz von, also ne gut, da reden wir jetzt glaube ich beide uns gegenseitig ganz gut so in das, was wir ja eh mögen und was uns glaube ich die Leute, die uns schon zuhören, auch von uns kennen. Ich habe das auch, also für mich war das jetzt auch, also das beschrieben, was du im Moment mit Blues Brothers und Kino Publikum und es gibt auch noch mal einen Applaus zum Schluss. Das sind, genau, also ich vermute sehr, dass das nicht nur auf Festivals beschränkt sein muss, dass es da diese, diese Atmosphäre gibt, in der so viel Bindung zwischen dem Kino-Moment und den, und den Menschen, die ihn gerade wahrnehmen, dass das so stark ist, dass man da, dass man das nochmal im Moment fühlen kann und nicht im Abspann schon rausrennen muss und schnell noch pinkeln und dann noch schnell zum McDonalds, aber ich mache da jetzt auch ein Klischeebild auf, das, ich habe das auch in den seltsamsten Kinoorten schon erlebt, also manchmal braucht es dann einfach auch den Film, der das hergegeben hat, dass man sich danach nochmal ein bisschen beisammen war oder nochmal einen Moment hatte so, und kann ja sein, dass auch im Jahre 1980 eine Menge Kram läuft, an den sich heute kein Mensch mehr erinnert und auch nicht erinnern möchte und die Filme, die bleiben, das ist schon schön, die immer wieder zu erdecken, ja. Ne, auf jeden Fall, bei dem Film habe ich es mir dann auch nicht nehmen lassen, also zum einen haben wir noch am Tag der Classic Sneak einfach mal entschieden, weil wir wollten den ja auch gucken, wir gehen jetzt auch mit der Sneak in den größten Saal und haben das halt einfach mal noch umgestellt und dann eben auch gesagt, okay, jetzt machen wir es noch mit den Trailern, war also auch eher so eine Schnapsidee und dann auch noch, dass ich gesagt habe, normalerweise geht bei uns das Licht ein bisschen früher an, also irgendwann während der Abspann läuft, aber ich bin ja jemand, der, also der Abspann, man zahlt ja auch dafür und bei dem, habe ich es mir daneben auch nicht nehmen lassen, habe gesagt, okay, das Licht geht halt am Ende an und nicht schon vorher irgendwann und da merkt man auch einfach, also die Leute sind sitzen geblieben, einige dadurch, dass sie ja gewusst haben, wer wir beide sind, haben auch noch, haben sich tatsächlich auch persönlich nochmal einfach bei uns bedankt für diesen Filmabend, das war natürlich, das ist schon ein sehr schöner Moment gewesen und ist halt, das andere Gefühl, dass halt die ganze Zeit so mit dabei ist, man ist wahnsinnig müde und erschöpft, gar nicht, also klar, das Wetter tut hier gerade sein Übriges, aber nicht nur, dass man viel gearbeitet hat, sondern es war auch psychisch extrem eine Belastung, weil wir immer wieder das Gefühl hatten, wow, jetzt haben wir diese eine Sache geschafft, wir haben das große Problem aus dem Weg geräumt und kam das nächste gleich hinterher, also dass man sich eigentlich nie so richtig mal auf seinen Lorbeeren aus, also soll man eigentlich ja eh nicht, aber eigentlich hatten wir nie immer genug Zeit, um uns mal über das, was wir geschafft haben, so richtig zu freuen, weil es kam direkt das nächste Problem, ich weiß aber auch, so ist das Leben, so ist das Arbeitsleben, es waren nur immer Probleme, die ziemlich groß waren, das ist halt so ein bisschen das, was man sich ein bisschen anders vorgestellt hätte und das habe ich einfach in den letzten zwei, drei Wochen auch gemerkt, man, das lässt einen dann natürlich auch nicht mehr so los, wenn man aus dem Büro oder aus dem Kino rausgeht, das nimmt man dann eben auch mit in seinen privaten Alltag und insofern ist es auch ein Stück weit, schon nach so kurzer Zeit, dass man einfach sagen muss, okay, ich hätte es jetzt auch gar nicht noch einen Monat, während Insolvenzverfahren läuft oder vorbereitet wird, ich hätte das nicht noch machen können, weil ich hätte nicht gewusst, wofür. Ja, und wenn du gerade so sagst, das ist so, das ist ja so im Arbeitsleben immer so oder das wäre so, ich bin mir da noch nicht so sicher, vielleicht muss das ja auch nicht so bleiben, ich mache ähnliche Erfahrungen, aber merke auch, das ist das, was ich vorhin auch so meinte mit, worum könnte es gehen, dass man sozusagen gut und gerne an seinem Arbeitsplatz bleiben kann und da sozusagen auch länger bleiben kann, die Erfahrung sammeln kann, anwenden kann, sich über das, was man schafft, freuen kann, also alles das, was du gerade in den Monaten, interessanterweise in den ganz schön wenigen Monaten, in denen du und ihr da wart, ne, also das ist ja wirklich beeindruckend, wie ihr da in so kurzer Zeit, so intensiv, also bis hin sozusagen zum dramatischen, tragischen Ende, das in so kurzer Zeit durchlebt habt, ja, also es ist wirklich, also, ja genau, es ist halt, es ist auch das, so ein bisschen wie im Film, ne, 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 auch immer so, die Zeit wird ja gerafft, ja, äh, um viel reinzubekommen und so ein bisschen hat es sich ja noch angefühlt, ja. Hast du jetzt ein bisschen Zeit zum Durchatmen oder musst du ganz schnell gucken, wo du als nächstes unterkommst schon, oder? Ja, also es ist jetzt schon so, ich, äh, dass ich jetzt über kurz oder lang, äh, wieder zu meiner Freundin ziehen werde, was, das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, äh, dass die Fernbeziehung ein jähes Ende findet, und wieder zu einer normalen wird, ähm, ja, also ich muss schon relativ schnell jetzt gucken, wo ich bleibe, Bewerbungen sind raus und die Hoffnung, dass man irgendwo unterkommt, ja. Ich bin ja auch jetzt jemand, der ist ja auch, also ich, ich hab ja schon mal so ab und zu eine latente, äh, Arroganz, nicht Ignoranz, latente Arroganz, die ich an den Tag lege und ich würde schon sagen, ich bin so schlechter Arbeitnehmer nicht, ähm, die Frage ist nur, ob ich was finde, was mir auch tatsächlich Spaß macht und wo ich mir das auch erstmal vorstellen kann, ähm, und natürlich, dass es in jetzt so dem Film- und Kinobereich recht begrenzte Plätze gibt, ist, ähm, ist auch klar, aber was tatsächlich auch ganz schön war, dass dann doch einige mit den Verleihern, mit denen ich mehr in Kontakt stand, es gab einige, mit denen war die, mit denen war man relativ kurz angebunden, andere, äh, denen man tatsächlich auch angemerkt hat, dass denen das richtig leid tut, das ist jetzt, äh, also nicht nur fürs Kino, sondern eben auch tatsächlich schon nach so kurzer Zeit persönlich für meinen Kollegen und mich und dass wir dann eben auch schon gesagt haben, wenn man mal irgendwo anders unterkommt, äh, auf jeden Fall melden. Mhm. Und, äh, ich weiß, bei welchen Verleihern ich mich erstmal nicht mehr melden sollte, ähm, bei anderen, wo es ganz gut ginge. Und doch, das darf sich ja auch noch verändern, das Schöne ist ja, dass du und ich fühle mich da auch noch eher so am Anfang, zumindest haben wir beide noch, die größten Teil unseres Berufslebens ja noch vor uns. Leider, ne? Ach, ach na gut, das sagst du vielleicht in der Notgrad, das kann ich verstehen, aber ich manchmal, ich freue mich da tendenziell eher drüber, aber ich bin auch gerade im Urlaub. Das sind vielleicht sehr unterschiedliche Perspektiven gerade, aber, ähm, ich, ja, ich, also ich kann nur sagen so, äh, ich, ich habe sozusagen nach dem ersten Schrecken über die Nachricht, äh, war sofort bei mir ganz viel Neugier und Interesse und Lust auf, auf, auf mit Lernen so, ne? So aus der Entfernung so. Deswegen danke ich dir sehr, dass du dir da die Zeit genommen hast und, äh, wird, also vielleicht ist ja wirklich, wenn ein nächster anfangen, irgendwie in der Nähe von Kino stattfindet, dass ich vermute, dass das bei dir der Fall sein wird, äh, vielleicht wird daraus mal, also das spinne ich jetzt gerade nur so rum, aber ich hätte Lust da auch so dran zu bleiben, also, weil ich glaube so, wenn wir unseren Wiederaufführungspodcast noch lange machen wollen, äh, dann braucht es auch weiterhin gute Gelegenheiten, äh, dass, äh, guter Film auf der Leinwand auch immer wieder zu entdecken ist und das Schöne ist ja, dass man jedes Mal nach der Premiere ist ja jeder, jeder Vorführung schon wieder eine Wiederaufführung. So weit würde ich das gerne strecken wollen, unseren Titel und, äh, finde das deswegen, glaube ich, auch gerade ganz passend, dass wir hier die Gelegenheit genutzt haben. Also, ja, ein, ein wenig schöner Anlass und gleichzeitig, was man draus macht, liegt ja, ist ja sozusagen noch offen. Also, ich wünsche dir da auf jeden Fall alles Gute für deinen Weg und auch jetzt sozusagen, ähm, also, so gut wie es geht, eben und so friedlich wie es geht, äh, jetzt auch die letzten Schritte mit der Kurbel und, ja, mal schauen. Ich, ich, ich werde neugierig bleiben, was, äh, vielleicht kann man in der Lokalpresse mal aufschnappen, was dann so aus den Gebäuden wird. Das Kino, in dem ich jahrelang als, äh, Kartenabreißer, Vorführer, äh, und als Verkäufer gearbeitet habe, äh, das ist mittlerweile komplett innerlich ausgehöhlt. Es war damals eins, das einzige 70 Millimeter, äh, Kino in Rostock, noch lange vor meiner Zeit und jetzt ist es ein Fitnesscenter. Das ist auch nicht leicht zu ertragen. Ich wünsche, ich wünsche dem Kurbel, Kurbelgebäude und der Mediathek irgendwie, ähm, was Angemesseneres. Ich weiß genau, was du meinst. Meine, mein Gymnasium ist ja mittlerweile auch, äh, wird ja abgerissen und umgenutzt. Das ist auch ein sehr komisches Gefühl, dort in die, in die Straße zurückzukehren und zu sehen, was alles nicht mehr da ist. Ja. Und, weil man eben doch so seine Zeit da verbracht hat und, äh, gut, für mich sind jetzt die vier Monate, deswegen so ganz, so ganz emotional trifft mich das nicht. Das trifft mich jetzt natürlich in anderen Punkten irgendwie emotional schon, aber man hat noch nicht so richtig die Möglichkeit gehabt, äh, zum einen in Karlsruhe oder eben auch schon in diesem Kino Wurzeln zu schlagen und, äh, die Erfahrungen zu sammeln, ähm, die man dann so ganz krass nachtrauert, ne? Und, ja, also wäre schön gewesen, es wäre, es wäre, nee, es wäre auch nicht schön gewesen, erst mal diese Erfahrungen zu sammeln und, dass es dann untergeht, ähm, es hat insofern vielleicht das eine Gute, dass wir uns jetzt, also, dass wir immer im Rückblick sagen können, so richtig ankreiden können wir uns für diese Situation nicht. Ähm, es wäre auch, es wäre, glaube ich, die unangenehmere Art und Weise gewesen, wir wären über den Sommer und, äh, durch den Winter gekommen und hätten im nächsten Sommer schließen müssen. Ich glaube, das ist jetzt so, äh, schon so nach, nach sehr kurzer Zeit so eine, so eine versöhnliche Note, die ich für mich selber gefunden habe, mit der ich irgendwie ganz gut zurechtkomme und sagen kann, ja, hey, alles versucht hat, hat nichts gebracht. Oder was heißt, nee, es hat ja nichts gebracht. Ähm, aber du weißt, was ich meine, ja, glaube ich, ähm, dass man, dass man sich irgendwie noch so weit dann doch da, das distanzieren kann von dieser Erfahrung, dass man das nicht zu lange mit sich nimmt. Und ich habe total viel Verständnis, zu sehr zu Herzen. Ja, und ich habe viel Verständnis, dass du gerade ja auch noch mittendrin bist in diesem Prozess. Ist ja nicht so, ne, also das passiert ja jetzt gerade noch, äh, und, äh, du, ich, ich habe gerade so das Gefühl, äh, ich, ich könnte mich nur mal bei dir melden, wenn ich irgendwie, wenn ich das in einem halben Jahr oder im Jahr nochmal rappel, so, nochmal, nochmal den Rückblick nochmal irgendwie aufgreifen oder so, dann können mich doch bestimmt bei dir nochmal melden und wir machen noch einen Nachklapp. Wenn ich meine Memoiren geschrieben habe, Dick, die Kurbel und ich. Ja, ne, ich, wahrscheinlich, es wird interessant für dich zurückzugucken, wenn sozusagen das nächste weitergegangen ist, das, das kommt ja eh so oder so, wie auch immer es weitergeht und, äh, ja, ich, ich freue mich gerade über die Momentaufnahme, so, mehr würde ich diesem Gespräch jetzt auch nicht zumuten wollen, dass es jetzt schon mehr können muss, als nur einfach gerade in dem Moment das mal festhalten und, ja, für mich ist das auch eine Gelegenheit gewesen, die Kurbel jetzt sozusagen rückblickend auch nochmal kurz greifen zu können, so, ich hätte sie sonst, glaube ich, nie kennengelernt. Ja, Jan, Ich, äh, danke dir sehr für das Gespräch und, äh, wir setzen das also in irgendeiner Form fort, wenn es sozusagen ein nächstes Kapitel aufgeschlagen wird, ja? Genau, wenn wir uns das nächste Mal im Podcast begegnen oder vielleicht hoffentlich auch mal wieder persönlich, Ja. Äh, dann zu einem besseren Anlass. Ja, klar. Das wäre natürlich schön. Ja. Aber danke trotzdem fürs Gespräch. Ich muss ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, als ich die Anfrage gelesen habe, musste ich erstmal doch überlegen, Ja. Was ich davon halten, Ja. Halten soll, aber, äh, ganz gut so eine Nacht drüber zu schlafen. Ja. Und auch jetzt nach dem Gespräch, also gibt es noch etwas, was du jetzt gerne, äh, gesagt hättest oder was, was jetzt irgendwie, wo du merkst so, ja gut, so hast du jetzt das Gespräch in die Richtung geführt, mir wäre jetzt noch jenes oder anderes wichtig gewesen? Nein, ich bin ganz froh, dass ich mich in dem einen oder anderen Punkt wirklich zusammengerissen habe und nicht noch den, den Frust, der doch durchaus noch sehr nah ist, äh, so habe einfließen lassen. Das habe ich in anderen Gesprächen in den letzten Tagen doch deutlich offensiver nach außen gedrängt, wo es mir dann teilweise vielleicht sogar im Nachhinein ein bisschen leid tut. Ja. Ja, gut. Ich, also ich habe dich bewusst auch dazu nicht, dazu nicht eingeladen. Da habe ich mir tatsächlich ein bisschen Mühe vorher gemacht, äh, und auch währenddessen, ich kenne, ich kenne, ich kenne, also die Breite von Gefühlslagen so, also, ich glaube für diesen, für diesen Moment ist das, äh, glaube ich, gut so und, äh, wir, wir, wir machen das Aufnahmegerät wieder an, wenn es wieder was zu sagen gibt. Genau. Und solange wünsche ich frohes Schaffen, ja. Ja, alles klar. Ebenso, schönen Urlaub auf jeden Fall und, äh, einen lieben Grüß an alle Wiederaufführungshörer. Ja. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.